Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner, einem Podcast aus Berlin, die 37. Folge von Lauer und Wehner. Neben mir sitzt, wie immer, Dr. Ulrich Wehner. Dr. Ulrich Wehner ist Strafverteidiger in Berlin. Am Freitag war das Soft Opening deiner neuen Kanzlei H2W Strafrecht? Richtig. Ja, hallo Ulrich. Hallo, Christopher und Namenspartner dieses Podcasts. Ja, Soft Opening. Soft Opening, gedacht. Ein Begriff, den ich auch noch nicht allzu lange kenne, den ich hier in Berlin von Restauranteröffnungen kenne. Dort habe ich ihn zum ersten Mal gehört. Ich glaube, Soft Opening bezeichnet den Vorgang, dass man schon mal eröffnet, aber nichts klappt. Und bei einem Restaurant natürlich anders als bei einer Anwaltskanzlei. Bei uns hat es insoweit noch nicht ganz geklappt, als dass der komplette Fußboden erneuert werden musste, was uns ein bisschen zeitlich nach hinten geworfen hat. Warum musste der erneuert werden? Weil der fehlbehandelt war und schlecht aussah. Und das war jetzt nicht nur dem Juristen, der dauernd irgendwo auf der Suche nach Ärger ist. Durch euch fehlbehandelt oder durch Leute, die durch euch beauftragt wurden? Durch Handwerker. Durch der Handwerk. Der Handwerker. Das wird immer schwieriger. Darf man denn sagen, wer bei euch, ich habe das schon getwittert, aber darf man denn sagen, wer bei eurem Soft Opening auch da war? Ja, alle H, zwei H und W. Ja, aber so an Gästen. An Gästen waren alle da, die im Strafrecht, jedenfalls in Berlin rang und die Guten waren da, die wirklich Guten waren da. Ja, und vor allen Dingen, weil das wollte ich die ganze Zeit sagen, Thomas Fischer war da, ne? Ja, Richter BGHAD war auch da, hat uns die Ehre zuteilwerden lassen, uns bei unserer Soft Opening zu besuchen. Ja, das war sehr schön. Habe ich gesagt, habe ich getwittert, das ist ein bisschen so, wie wenn der Papst bei der Eröffnung von irgendeiner Kapelle vorbeikommt und dann da auch nochmal so seinen Segen spricht, oder? Das ist doch bestimmt unter Juristinnen und Juristen, unter Strafverteidiger ein gutes Zeichen, wenn Thomas Fischer zum Soft Opening kommt, oder? Das ist sicherlich ein sehr gutes Zeichen. Ich würde es allerdings eher so ausdrücken, also eher umgekehrt sagen, dass wenn Thomas Fischer zu so etwas nicht kommt, das ist so, als wäre der Papst Ostern nicht im Petersdom. Uiuiui, uiui, 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 lalala, so. Ja, also jedenfalls, das war sehr erfreulich und wir bieten noch bessere Leistungen zu noch günstigeren Preisen. Gut, zu der Preisstruktur. Wir bieten noch besserer Lage an und haben einen, wir machen den Klienten, den Mandanten zentrierten, Mandanten zentrierte Strafverteidigung. Was bedeutet das? Das ist nichts anderes als der Mandant, wie sich das gehört. Achso. Geld, Ruhm, ist uns alles egal. Ja, nicht egal, weil ihr habt ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die freuen sich ja auch, wenn der Lohn reinkommt. Ja, wir sind natürlich kein Idealverein und nicht gemeinnützig. Dazu kommen wir nachher noch. Ja, wie dem auch sei, das ist jedenfalls das Ereignis des Freitags gewesen. Ja, das war der Grund, warum wir es am Samstag nicht kaputt haben. Ja, in der Tat. Freitag, das muss Junge, Junge, Junge. Das muss mir zugeben. Also, das war leider ausfallen wegen gestern. Wegen gestern, genau. Das war sehr schön. Also, ja, tolle Kanzlei, tolle Mitarbeiter. Ist halt echt ärgerlich, dass ich nicht kriminell bin. Ich würde mich sofort gerne von euch vertreten lassen. Ja. Gut. Das hast du aber auch in der Hand. Ich würde es aber nicht im Podcast ankündigen. Ich denke, ja, erstens das. Und zweitens denke ich auch, dass, wenn ich kriminell wäre, hoffe ich doch, dass ich das so gut mache, dass ich nicht erwischt werde. Zweitens denke ich, dass es auch sehr legale Arten und Weisen gibt, kriminell zu sein. Zum Beispiel Investmentbanker oder so, ja, dann sollte ich mich doch eher lieber darum bemühen, sowas zu machen, statt, weiß ich nicht, so ein Koks-Taxi durch Berlin fahren zu müssen oder so, ja. Und drittens denke ich, dass ich, wenn ich weiterhin die legalen Pfade beschreite, wie ich das so in den vergangenen 35 Jahren meines Lebens gemacht habe. Metapher-Tag. Wie bitte? Ja. Was hast du? Metapher-Tag heute. Heute ist Metapher-Tag, ja, ein Euro in die Metapher-Kasse, dass ich dann allen beteiligten Menschen irgendwie deutlich mehr bringe, als wenn ich jetzt anfange, das grüne Gewölbe auszuräumen zum Beispiel. Ja, das war Straftat der Woche. Straftat der Woche auf jeden Fall. Wobei ich offengesprochen kein Mitleid mit sowas habe, weil ich mir denke, das ist auch, gut, das führt jetzt wieder zu weit. Aber wenn da jetzt, vor allem, insbesondere war es ja kein Raub, ne? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die ja im grünen Gewölbe, sind die da einfach rein, haben die, haben den Schmuck rausgeholt und sind wieder raus, ne? Ja, das ist ein besonders schwerer Fall des Diebstahls, 2042, 2043, sprich besonders schwer dadurch, dass man davon ausgehen muss, dass diese Sache durch eine besondere Sicherung gegen Wegnahme geschützt war und natürlich eindringen in einen verschlossenen Raum. Also sprich, das grüne Gewölbe. Ich finde allerdings ist so gesehen, etwas missverständlicher Begriff, aber meine Lieblingsstraftat ist in der Tat die Entwendung dieser klitzekleinen Goldmünze aus dem Bode-Museum. Also da schmunzle ich noch bis heute. Naja, wie dem auch sei. Die hat so eine Leiter auch benutzt haben, ne? Ja, die dann auch so abgeseilt haben und da hat meines Erachtens die Spurensicherung, die KT hat da meines Erachtens in der Nähe des Bode-Museums auch so eine kleine Kuhle im Boden gefunden, weil ihnen diese Münze mal hingefallen. Sehr gut. Die ist, glaube ich, wagenrad groß. Also es fällt mir, ja, bei aller, bei aller Ablehnung von Schlaftat. Ja, aber wenn es so große Gegenstände sind, die ja vor allen Dingen auch, also ich sag mal, dieser ganze Schmuck, der da in diesem grünen Gewölbe liegt oder lag, der ist ja jetzt nicht dadurch entstanden, dass die Bürgerinnen und Bürger Sachsens damals als dieser Fürst oder wer auch immer das sei, gemacht hat, die haben ja nicht gesagt, komm, wir legen alle mal zusammen und machen diesen Schmuck. Die sind eher zusammengelegt worden. Genau, die sind zusammengelegt worden. Das heißt, nach heutigen Maßstäben wäre das Zustandekommen dieses Schmuckes wahrscheinlich auch nicht so legal gewesen, oder? Ja, das lässt sich wahrscheinlich nur mit dem Nähen eines Adidas-Fußballs vergleichen, den in Kambodscha Sechsjährige. Genau, so. Und das ist genau der Hintergrund, dass ich mir gedacht habe, da habe ich so wenig Mitleid. Weißt du, dieser Fürst, der hätte von diesem Schmuck, den er da hat machen lassen, hätte er halt Schulen bauen können oder öffentliche Infrastruktur oder LTE an jeder Milchkanne. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch, aber er hätte natürlich viel machen können. Und stattdessen hat er sich dazu entschieden, nein, ich will jetzt mit irgendwelchen Buddies mithalten und auch so pompösen Schmuck und so protziges Zeug, so Repräsentationsgehabe machen. Ja, wenn es Motorjachten gegeben hätte, hätte er eine Motorjacht. Oder wenn es damals schon Kunsthandel gegeben hätte, so im Sinne dieser bildenden Kunst, dann hätte er sich irgendwie ein Van Gogh für, weiß ich nicht, 100, 200 Millionen Euro gekauft. Ja, kann man so sehen. Ich finde, dass die dort entwendeten Schmuckstücke waren ja dann doch aus dem Eigentum des Fürsten in das Volkseigentum sozusagen. Insofern ist das meines Erachtens schon bedauerlich, dass das entwendet wurde und jetzt nicht mehr sich die Menschen daran erfreuen können. Ich zähle halt nicht zu den Menschen, die sich an Schmuckstücken freut. Ja, das ist aber genau mein Punkt. Das wiederum ist der Grund, warum ich die Entwendung dieser kunsthistorisch völlig bedeutungslosen Riesenmünze mit noch größerer Freude, Uiuiui, naja, mit so einer klammheimlichen Freude. Billigung von Straftaten. Klammheimlichen Freude sehe. Auch ein Zitat ja von Jürgen Trittim, glaube ich. Aber der klammheimlichen Freude sehe und das, wenn wahrscheinlich kunsthandwerksgeschichtlich bedeutende Schmuckstücke entwendet werden, mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe. Aber I got the message, die historische und gesellschaftshistorische, wirtschaftshistorische, polithistorische Dimension der Schmuckherstellung durch Potentaten verstanden. Ja, also deswegen, ich habe da dann tatsächlich kein Mitleid. Ich habe auch nicht verstanden, warum dann da, ich glaube, der Kretschmer ist ja dann auch so abgegangen und hat irgendwie auch wieder so Sachen gesagt, so in der Kategorie, das ist ein Angriff auf alle Sachsen oder irgendwie sowas. Wo ich mir halt echt irgendwie so denke, wenn du dort irgendwie so eine Kette mit Swarovski-Steinen reingelegt hättest, hätten 99,9 Prozent der Leute, die in dieses komische grüne Gewölbe gehen, auch nicht gesehen, ob das jetzt echt oder unecht ist. Und hätten dann gesagt, ah ja, toll, Schmuck. Und dann wären sie wieder rausgegangen und dann hätten sie gesagt, ich habe das grüne Gewölbe gesehen. Was gibt es denn, wo du sagen würdest, das wäre ein materielles Ding, ein materiellem, dessen Verlust für die Menschheit wirklich groß wäre? Ja, also... Kunst zum Beispiel, aus dem Bereich der Kunst. Ja gut, aus dem Bereich... Notre Dame. Ja, also ich sage mal so, im Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit von so ziemlich allem, im Zeitalter hier, wie hieß der, der Beltracchi? Ja. Ja, also im Zeitalter, wobei, ich meine, begnadete Kunstfälscher gab es ja eh immer, ja. Was ich schlimm finde oder was ich richtig, wo mir das Herz geblutet hat, ist, da haben wir auch in diesem Podcast drüber geredet, als das brasilianische Nationalmuseum brannte. Das war ein ganz, ganz großer Verlust. Da lagen ja auch teilweise noch so Skelette von so Urmenschen drin, wo sie dann... Und ich glaube, das wurde, dieses Skelett konnte irgendwie noch geborgen werden oder so, ja. Also hat das zum Glück überlebt. Aber wenn dort tatsächlich die Geschichte eines Landes verbrennt, ich bin ja immer auch, Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen das, auf Kriegsfuß mit der Digitalisierungspolitik des Bundesarchives, ja. Aber das ist tatsächlich so, da gibt es halt manche Sachen, die sind heute noch immer nicht digitalisiert, also ein Großteil der Akten. Und wenn jetzt zum Beispiel das Bundesarchiv in Freiburg aus irgendeinem Grund eine Havarie hätte, dann sind halt Akten über zum Beispiel die ganzen Schweinereien, die die Nazis während des Zweiten Weltkrieges gemacht haben, die sind dann weg. Ja, ja, das sind jetzt dann historische oder naturwissenschaftliche Gegenstände bei Kunst. Verlust kann man sich mal fragen, ob das für die Menschheit ein Verlust wäre, wenn die Akropolis einstürzte oder oder Picasso's Gernica verbrennen würde. Ich will jetzt nicht hier den Kunstbannausen machen. Natürlich sind das auch Werte. Also klar, wenn jetzt die Mona Lisa auf einmal weg wäre oder so, wäre auch scheiße. Gleichzeitig ist, glaube ich, die Mona Lisa als, sag ich mal, kulturelles Artefakt. Ist nicht so wichtig für den Fortbestand. Nee, die ist ja schon größer als nur die eine Mona Lisa, die da im Louvre hängt. Verstehst du, was ich meine? Oder hier der, ich weiß gar nicht, wo der steht, dieser David, also diese eine große Marmorskulptur oder so. Ja, oder Botticelli ist Venus. So, oder klar, ich meine die Sixtinische Kapelle oder so. Ja, das sind natürlich Dinge. Die Nachtwache. Die Meninas. Wobei du die. Und Belasquez viel vergessen, aber ganz was Feines. Ja, okay. Die Sixtinische Kapelle kannst du dir zum Beispiel hochauflösend im Internet angucken. Das ist zum Beispiel sehr beeindruckend. Da kannst du wirklich bis ganz nah dran an die Decke da halt irgendwie ranzoomen und so. Und ich glaube, das wäre bei Kunst in meinen Augen tatsächlich viel wichtiger, dass man die auf eine Art und Weise digital sichert. Dass der Verlust natürlich trotzdem schade wäre, aber dann auch nicht so wehtun würde, weil man in der Lage wäre, es noch auf eine gewisse Art und Weise zu reproduzieren. Ja, verstehe. Ich muss halt der Gedanke. Was ich wie gesagt befremdlich finde, ist diese Schmuckgeschichten, denen kann ich tatsächlich nichts abgewinnen. Und damit man das jetzt nicht falsch versteht, was ich natürlich auch immer scheiße finde, ist das gewaltsame Entwenden von solchen Gegenständen. Also wenn du dann da quasi noch so ein halbes Museum als Geisel nehmen würdest oder so, das geht halt nicht. Aber in dem Moment, in dem sich Leute anscheinend sehr professionell, sehr intelligent dazu entscheiden, da einzusteigen, das rauszuholen und wieder rauszugehen, finde ich, ist es auch immer ein bisschen schade um diese Leute, weil die ja anscheinend über hochspezifische Fähigkeiten verfügen. Das ist ja das, was mich immer fasziniert, wenn einer wieder ein 14 Staaten umfassendes Umsatzsteuerkarussell designed hat, wo man sagt, dieser Mensch, diese Person, dieser Mann, meistens sind es Männer. Dieser Mann hätte auch seine Energie, sein Intellekt und seine Beharrlichkeit einsetzen können, eine NGO gründen zum Beispiel. Und es wäre deutlich mehr dabei rausgekommen als siebeneinhalb Jahre im Knast. Da ist es richtig. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem des Strafvollzugs in Deutschland, aber auch weltweit, dass man sich nicht die spezifischen Fähigkeiten dieser Strafgefangenen dort anguckt und sich dann nicht gezielt überlegt, zu sagen, okay, pass mal auf, weiß ich nicht, du hast jetzt hier fünf Jahre lang die Logistik für dein Koks-Taxi gemacht. Vielleicht wärst du in der Dispo von irgendeinem Liefer-Service oder so auch ganz gut aufgehoben. Ja, die ganze Gruppe der Betrüger, perfekt einsetzbar als Coaches, als Außendienstler, als Verkäufer. Also die würden am besten die Leute schulen. Ja, und ich glaube, da sind ungehobene Potenziale, die nicht genutzt werden und die den Staat dann einfach, und nicht nur den Staat, sondern die Allgemeinheit natürlich, dann halt doppelt und dreifach so viel kosten, weil man die eben nicht in, sag ich mal, legale Berufe führt, diese Menschen, obwohl sie ja anscheinend über Fähigkeiten verfügen, die man auch allerweitig gewinnbringend einsetzen könnte im Kapitalismus. Jetzt haben wir, und da werden die langjährigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts natürlich auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln, jetzt haben wir also so richtig lange diese Einführung gemacht und dort ein Thema bearbeitet, was wir überhaupt gar nicht auf unserem Zettel hatten, nämlich Strafverfolgung, Straftaten im Allgemeinen, die wir natürlich alle missbilligen, manche aber mehr als andere. Ulrich, für die neuen Hörerinnen und Hörer ganz kurz, ganz kurz ist immer gut, was machen wir aber eigentlich in diesem Podcast Lauer und Wehner? Ja, wir sind vielleicht damit anfangen nicht der Kunsthistoriker, nur partiell der kunsthistorisch bedeutsamste Podcast im deutschen Fernsehen. Wir sind der Podcast für die Gesprächskultur, der beziehungsweise für die Alltagsbewältigung durch klug angewandte Sprache. Wir zeichnen uns durch kognitive Mobilität aus, mit der wir kluge Assoziationen hervorbringen oder auch nicht. Aber jedenfalls ist die Überlegung, den Alltag dadurch zu bewältigen, dass man ihn sich möglichst präzise anguckt, darüber spricht und nicht gleich als erste und einzige Stufe der Betrachtung des Alltags das Aufregen hat, sondern gerne als zweite Stufe. Nachdem man sich das aber angeschaut hat, es betrachtet hat, es vielleicht auch von mehreren Seiten betrachtet hat, jedenfalls sich auch nach Möglichkeit die Fakten angesehen hat, dann kann man sich darüber aufregen. Jedenfalls gilt es, den Wahnsinn dadurch zu bewältigen, dass man ihn erörtert. Sprache ist unser Instrument zur Alltagsbewältigung. Und so betrachten wir teilweise in freier Assoziation die Dinge, die so im Laufe einer Woche geschehen. Und wir sind immer auf der Suche nach dem Positiven. Manchmal allerdings finden wir es nicht und sind so deprimiert, nachdem wir über fünf Themen gesprochen haben, wo es so richtig Mist gelaufen ist. Mist gelaufen ist, auch ein schöner Begriff. Ja, heute haben wir Themen, die sind brillant. Da ist es richtig gut gelaufen. Ja, heute haben wir ein heiteres Pop-Boogie an Themen. Stimmt, ich hatte mal genau im Internet nachgefragt, Leute, warum hört ihr eigentlich nicht Laura und Wehner? Weil mich das natürlich interessiert. Es gibt ja diesen, da hatten wir zu einem anderen Zeitpunkt mal drüber gesprochen, diesen sogenannten Survivorship-Bias. Also wenn du immer nur die Leute fragst, die du auch tatsächlich erreicht, dann kriegst du natürlich auch nur Feedback von, ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel frage, warum hört ihr diesen Podcast nicht, sagt ihr alle, wieso wir hören den Podcast da? Was jetzt ja nicht so eine super doofe Bemerkung wäre. Ja, es wäre keine super doofe Bemerkung, sondern eher eine super doofe Frage. Der Punkt ist, und das ist tatsächlich dann auch nochmal sehr interessant, es gab tatsächlich mehrmals das Feedback, ja, also der Podcast ist super gut, aber ihr redet immer über so viele deprimierende Themen. Ich kann mir das im Moment nicht anhören, weil da wird man ja richtig traurig. Das liegt nicht nur an der Themenwahl, sondern auch ein bisschen daran, dass wir tatsächlich in, wie der Chinese sagen würde, interessanten Zeiten leben. Das werden wir gleich beim ersten Thema merken, aber vor dem ersten Thema kommt noch der kleine Hinweis, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Wenn ihr das noch nicht tut, solltet ihr jetzt gleich eine Pause machen, auf die Webseite lauerundwena.de gehen, da ist oben ein Reiter mit unterstützen oder ihr geht in den Podcast-Beitrag, da sind unten die Kontodaten und wem das zu lange dauert, einen Dauerauftrag einzurichten, wir freuen uns auch immer über Beiträge, die über PayPal reinkommen. Dauerauftrag oder PayPal, wir freuen uns wie gesagt über beides. Es gibt dort eine sehr erfreuliche Nachricht. Ich meine, Ulrich, du magst es ja nicht, wenn wir über Geld reden, aber ich finde, worüber wir reden könnten, wäre, wie viele Leute uns unterstützen und das finde ich nämlich ganz beachtlich. Und den Durchschnittsbetrag. Nee, aber und zwar im Februar, als wir gestartet haben, waren das 25 Leute über den gesamten Februar. Februar 2018 muss man das sagen. Nee, 19, 19. Und davor waren die Zahlen noch schlimmer, davor bei lauer Informiertzeiten, da waren das immer so 10 Leute im Monat. Also Februar 2019 waren es 25 und jetzt im November, der Monat, der jetzt gerade vorbei ist, waren es sage und schreibe 178 Leute, die sich dazu entschieden haben, entweder per Dauerauftrag oder per PayPal was rüberzuschieben. Es waren tatsächlich sage und schreibe 153 Dauer, also Transaktionen auf dem Konto, die meisten davon Daueraufträge und 25 über PayPal. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Hörerinnen und Hörer wir pro Folge haben, dann ist das natürlich noch immer ein verschwindend geringer Bruchteil. Aber ich möchte mich an dieser Stelle hier nochmal wirklich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Podcastes. Ich finde das tatsächlich toll, dass ihr das ermöglicht, dadurch, dass ihr hier einfach Kohle rüberschiebt. Und vielleicht kommt ja tatsächlich, wenn sich das ähnlich entwickelt, im nächsten Jahr, vielleicht kommt dann tatsächlich ja mal auch irgendwann das Video dazu oder jemanden, den wir einstellen oder sonst irgendwas. Ich habe mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gefreut. Also, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das tun. Und zwar entweder über Dauerauftrag oder PayPal. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt die Zeit nehmt, das zu tun. So, anderes Thema auch noch ganz kurz. Das müssen wir, Ulrich und ich, gehen ja nach dem Podcast immer noch kurz was essen. Das müssen wir dann beim Essen irgendwie klären. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass Merchandise, wer die Fotos auf Twitter gesehen hat, das mit dem Merchandise ist on a way. Aber ich muss es halt alles irgendwie ordentlich machen und so, damit das Finanzamt nicht kommt und sagt, was machen sie hier. Dann gibt es noch die Problematik, dass wir uns überlegen müssen, und welche Adresse wir da genau reinnehmen, weil meine Privatadresse kann ich nicht angeben. Ulrich will seine Privatadresse verständlicherweise auch nicht angeben. Die Kanzlei-Adresse ist auch schwierig, weil dann das Finanzamt wirklich... Also, es ist eine Never-Ending-Story, aber sie wird spätestens Anfang nächsten Jahres geendet sein, hoffe ich zumindest. Ja, wahrscheinlich kriegen wir das Weihnachtsgeschäft nicht mehr. Das Weihnachtsgeschäft kriegen wir nicht mehr hin. Schade, machen wir Einzelhändler ja sonst zwei Drittel unseres Jahres. Ja, wir machen auf jeden Fall, wenn der Shop online ist, feiern wir dann einfach im Januar nochmal Weihnachten. Ja, oder ihr wünscht euch einfach von euren Eltern einen Gutschein, dass sie euch dann einfach im Lauer und Wehner Online-Shop schöne Tasse bestellen sollen, wenn der Shop denn dann online ist. Ja, das war der Werbe-Blog. Und jetzt kommen wir zum nächsten Werbe-Blog. Nein, unser erstes Thema. Ich hatte im Tagesspiel über etwas geschrieben, oder wir fangen anders an. Es gibt einen Moment, ein Crowdfunding auf der Plattform Startnext. Und es nennt sich Olympia 2020. In diesem Crowdfunding Olympia 2020 wollen die Herstellerinnen und Hersteller eines von Präservativen. Es ist ein Startup, das nennt sich irgendwie Einhorn Berlin. Ich wollte es gar nicht nennen, weil diese Typen benutzen dieses Ding, um Werbung, Werbung, Werbung zu machen. Ich finde es jetzt auch leider nicht mehr auf der Webseite von Startnext, weil die das, ja, es ist schwierig. Und wenn man Olympia 2020 eingibt, dann kommt Olympia, dann kommen die Olympischen Spiele. Ja, es gibt das Ziel bei Startnext. Stell dir vor, es gibt einen Tag. Ach ja, genau. 511.000 Euro haben sie gesammelt in, ich glaube, jetzt mittlerweile acht Tage. Es gibt noch 22 Tage. Das Funding-Ziel ist 1,8 Millionen, beziehungsweise 2,7 Millionen. Und zwar geht es dort einmal um eine Veranstaltung für 1,60.000 Menschen im Olympiastadion und einmal eine Veranstaltung für 90.000 Menschen im Olympiastadion. Und man möchte also das Gefühl bekommen, wirkmächtig zu sein. Und die Veranstalterinnen und Veranstalter haben sich überlegt, man könnte ja mal, wenn man das denn möchte, dort gemeinsam um Olympiastadion Online-Petition zeichnen, im Online-Petitionssystem des Deutschen Bundestages. Ein Ticket fängt bei 29,95 an. Das wurde 441 Mal gebucht. Dann gibt es das für 31,40 Euro, wo man, glaube ich, noch irgendwie dekarbonisieren kann für, ja, 1,50 Euro. Das wurde 2443 Mal gebucht. Und dann gibt es noch, dann gibt es tatsächlich 5 Leute, die für 30.000 Euro das Tausender-Ticket gebucht haben. Ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, die machen also diese Veranstaltung. Es gibt ein Video am Anfang mit Charlotte Roche und Luisa Neubauer, wo es also dann da, wo dann so Sachen gesagt werden, wie es war noch nie so einfach, die Welt zu retten und so. Und ja, es gab im Internet dazu einige Kritik, unter anderem von mir. Ich habe im Tagesspiegel was darüber geschrieben. Fehlen dir noch wichtige Informationen zu diesem Projekt? Nein, inhaltlich soll es darin bestehen, dass die alle im Berliner Olympiastadion zusammenkommen. Nach Möglichkeit wohl 80.000 Leute, 90.000 Leute. Ja. Und sich dann da, fällt mir jetzt etwas schwer zu sagen, treffen und das Klima retten an dem Tag. Ja, genau. Aber ja, das ist das Ziel. Inhaltlich viel mehr gibt es meines Erachtens noch nicht, auf Anhieb jedenfalls zu erkennen, als dass da das große Projekt startet und an dem Tag alle zusammenkommen und ja, zum Beispiel Online-Petitionen dann live unterzeichnen in Anwesenheit. Ja. Ja. Ja, darüber habe ich mich furchtbar aufgeregt im Tagesspiegel. Ich werde den Artikel verlinken. Ich möchte jetzt da gar nicht so viel drüber reden, warum ich das genau Quatsch finde. Es lässt sich in meinen Augen darauf runterbrechen. Dass wenn du 90.000 Leute an einem Ort versammelst und das verbindest mit, noch nie war es so leicht, die Welt zu retten oder so, ja, dann ist das ein bisschen Etikettenschwindel. Weil wenn du willst, dass 90.000 Leute auch gleichzeitig eine Petition im Petitionssystem des Deutschen Bundestages unterzeichnen, dann kannst du das auch über ein E-Mail-Newsletter organisieren oder so, ja. Die Online-Petitionen im Deutschen Bundestag, die sind jetzt nicht so unbedingt das schärfste Schwert in der Bürgerbeeinflussung, Beteiligung. Es gab damals, das Beispiel hatte ich jetzt auch schon öfter gebracht, es gab 2009 zum Beispiel eine Online-Petition gegen Internetsperren. Die hat innerhalb von vier Tagen die erforderliche Schwelle von 50.000 Unterschriften genommen. Die Initiatorin hat dann da schön einen Vortrag gehalten im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und dann hat der Deutschen Bundestag das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz beschlossen. Also über Petitionen lacht man sich in diesem Parlament leider, leider so ein ganz klein bisschen kaputt. Ja, die Petition gehört zusammen mit der Dienstaufsichtsbeschwerde, die Juristen bezeichnen mit den 3F, formlos, fristlos, fruchtlos. Da tut man ehrwürdigen Mitgliedern von Petitionsausschüssen Land auf, Land ab, teilweise sicher Unrecht, aber zum Teil eben auch nicht. Die Petition ist halt, sagen wir mal, über Petitionen kann man die Welt nicht ändern. Die Leute, die Behinderten, die es vor dem Bundesverfassungsgericht geschafft haben, ihr Wahlrecht zu erklagen, die haben sich ja zum Beispiel auch zuerst an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages gewendet. Der hat dann ihr Anliegen abgelehnt und dann sind sie halt vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Also es ist ein etwas sehr schräges Projekt, das natürlich für einiges an Irritation gesorgt hat. Ich habe die Möglichkeit genutzt, in einem Gastbeitrag dann eben das Ganze mal zu versuchen, in konstruktive Bahnen zu lenken, indem ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne eine NGO gründen. Also eine Nichtregierungsorganisation, die einfach Gesetze schreibt für die akute Bekämpfung des Klimawandels. Und ich habe darauf viel positives Feedback bekommen. Ich wollte das jetzt hier nur mal kurz erwähnen, damit ich Leute, die mir eine E-Mail schreiben und die wissen wollen, wie es weitergeht, einfach hierauf verweisen kann und ihnen mitteilen kann, ja, es geht weiter. Aber es ist vielleicht auch nicht so, wie sich das manche erhoffen, weil ich schon darauf oder schon gucke, dass ich jetzt erstmal mit einer relativ kleinen Gruppe von Menschen diesen Verein gründe. Da ist auch noch die Frage zu beantworten, ob das jetzt ein gemeinnütziger Verein wird oder eine GGMBH oder eine GGMBH in Kombination mit einer Stiftung oder so. Ja, das sind alles Sachen, die werde ich in den nächsten Tagen und Wochen noch ausloten. Ja, und dann geht es halt tatsächlich darum, Kohle zu sammeln und zwar erstmal nicht über Startnext, sondern tatsächlich über Leute, die irgendwie bereit sind. Und neudeutsch würde man VCs sagen, Risikokapitalgeber, also Leute, die tatsächlich irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so viel Kohle, dass ich jetzt mal irgendwie 10.000 Euro oder 20.000 Euro in sowas geben kann. Und der Return on Invest wäre dann also nicht irgendwie ein, weiß ich nicht, eine Fantastiliade Euro, weil wir dann irgendwann was machen, was dazu führt, dass diese NGO einen Umsatz von einer Fantastiliade Euro hat, sondern der Return on Invest wäre so tatsächlich ein bisschen Weltrettung. Und ich sage mal, der Hebel, über den ein solcher NGO arbeiten könnte, wäre halt tatsächlich, dass man sich also konkret anguckt, was sind die Gesetze auf Landesebene, die man machen kann. Und dann sagen hier, liebes Landesparlament, beschließe das. Und liebes Landesparlament, wenn du das nicht beschließt, dann machen wir halt einfach einen Volksbegehren beziehungsweise dann eine Volksabstimmung. Das ist zum Beispiel in Berlin relativ weitreichend, was man da machen kann. Und das wäre dann so der Hebel. Und da muss man sich mal einfach angucken, was sich da für eine Dynamik entwickelt. Ich bin natürlich sehr gespannt, aber auch so viele sehr qualifizierte Juristinnen und Juristen, die dann sowas auch so schreiben, dass es von einem Parlament beschlossen werden kann. Aber ich habe da sehr viel positives Feedback jetzt bekommen in den letzten Tagen und bin da guter Dinge, das dann jetzt auch so zu starten, dass es hoffentlich im Januar schon irgendwas gibt, was man präsentieren kann. Also jetzt nicht an konkreten Gesetzen, aber tatsächlich an konkreten, wie denn jetzt die Form dieser NGO sein soll und so weiter und so fort. Ja, sehr guter Ansatz. Vielen lieben Dank. Und was man sagen kann, es wird jedenfalls mehr geben, als dass man für Geld, dass man da zur Verfügung steht, einfach noch Tickets für andere kriegt. Ja, zum Beispiel. Also wie gesagt, man kann das ja alles machen. Ich meine, die Leute haben ja gesagt, ja, aber der Mario Barth, der lädt ja dann auch irgendwie 90.000 Leute ins Olympiastadion ein. Ja, das ist auch richtig und das ist auch ökologisch eine totale Katastrophe. Und man kann das auch irgendwie doof finden. Aber Mario Barth stellt sich da halt eben nicht hin und sagt, noch nie war die Weltrettung so einfach oder so. Ja, es ist die Selbstwirksamkeitsillusion, die da vermittelt wird. Und das Schlimme oder das Gefährliche, wenn so eine Illusion vermittelt wird, ist ja, dass sie von der eigentlichen Tätigkeit ablenkt. Ja. Und der eigentlichen Wirksamkeit. Ja. Das ist ja wie mit der Homöopathie. Ja. Das ist ja auch eigentlich egal. Ist mir ja völlig egal, ob die Leute da Zuckerkügelchen in sich rein essen. Das ist egal. Nur, dass sie dann halt, dass sie ihren Kindern in die Ohren ja gerne, es gibt ja immer diese Beschwerden von HNO-Ärzten, die den Kindern von Homöopathie-Anhängern diese Kugeln aus den Ohren holen müssen. Ja. Und ja. Aber das ist eine Selbstwirksamkeitsillusion. Und das Problem ist dann nicht, dass unbedingt so sehr das, was die machen, dass sich da irgendwie 90.000 Leute im Olympiastadion treffen und die Anze My Friend singen, das kann ja auch ganz schön sein. Ja, ja. Nur wenn sie dadurch glauben, dann schon alles getan zu haben oder viel getan zu haben, auch nur, dann bleibt das wirkliche Vorhaben auf der Strecke und man lebt in dieser Illusion. Ja. Ich finde, dass dieser Vergleich mit der Homöopathie von dir tatsächlich ein sehr guter ist. Der fasst es nämlich einfach nochmal wunderbar zusammen. Also das Verhältnis dieser Veranstaltung zu Politik ist tatsächlich das Verhältnis von Homöopathie zu echter Medizin, die wirkt. Ja, das kommt davon, wenn man drüber redet. Dann kommt man auf solche Ideen. Dann kommt man auf solche guten Sachen. Nein, also und ich halte euch dann also hier in diesem Podcast oder dann in möglicherweise sogar einem, den man extra wegen dieser NGO, dieses Startups macht. Auf dem Laufenden darüber, wie sich das ausgeht, ich sage mal, wo man dann tatsächlich Unterstützung braucht von Berlinerinnen und Berlinern, aber auch möglicherweise dann in anderen Bundesländern, ist, wenn es natürlich dann ans Unterschriften sammeln geht für konkrete Volksgesetzgebung, weil da sind die Hürden ja nach wie vor relativ hoch. Ich glaube, 25.000 Euro, 25.000 Euro, 25.000 Unterschriften in der ersten Stufe und ich glaube, für ein tatsächliches Volksbegehren müssen dann 100.000 Unterschriften gesammelt werden oder so. Aber in Zeiten von Internet und so sollte das ja auch einfacher sein. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal zu diesem Olympia-Gebimsel dort sagen. Ich verlinke, wie gesagt, den Text. Wenn euch das mit der NGO interessiert, könnt ihr euch natürlich immer gerne bei mir melden, insbesondere wenn ihr Top-Verwaltungsjuristinnen und Juristen seid und unbedingt schon mal die Landesbauordnung umschreiben wolltet oder so. Es gibt ja, das hatte ich an anderer Stelle gesagt, zum Beispiel ja auch schon so eine Initiative, das ist auch schon eine Drucksache im Abgeordnetenhaus, die dann irgendwie sagen, Berlin soll den Klimanotstand ausrufen. Oder die EU, die hat ja jetzt auch den Klimanotstand ausgerufen. Ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon fünfmal gesagt, ich habe es auch schon 95 Mal getwittert, ich sage es aber noch mal ganz gerne. Wenn man sich das Grundgesetz Artikel 20a anschaut oder zum Beispiel die Verfassung von Berlin, Artikel 31, dann ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Staatsziel, sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch des Bundeslandes Berlin, des Stadtstaates Berlin. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind ja solche Sachen, die dort relativ weit vorne im Grundgesetz drinstehen, eigentlich auch schon so dogmatisch, ich weiß nicht, ob dogmatisch hier das richtige Wort ist, aber dass die schon auch dazu geeignet sind, weitreichende Gesetzgebung zu begründen, die dann zum Beispiel auch Eingriffe in andere Grundrechte, weiß ich nicht, Eigentumsfreiheit oder sonst irgendwas rechtfertigen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie sagst, das weiß ich nicht, wir packen jetzt auf jedes Dach eine Solaranlage irgendwie drauf und wenn du das nicht bezahlen kannst, dann wird das Dach halt vergesellschaftet. Und wenn du dich darüber beschwerst, dass das vergesellschaftet ist, hier hast du Artikel 31 respektive 20a Grundgesetz, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir müssen die natürlichen Lebensgrundlagen dadurch erhalten, dass wir kein CO2 mehr emittieren. Deswegen brauchen wir CO2-freien Strom. Also stell dich schnell zu an, wie man im Dings sagt. Ja, das Verfassungsrecht, das ist natürlich genau der Ablauf in der verfassungsrechtlichen Dogmatik. Nein, natürlich nicht, aber ich hoffe, du willst. Im Kern, das Verfassungsrecht ist eben ein durchaus auch der Interpretation und dem zeitlichen Wandel natürlich zugängliches Recht. Und wenn es vielleicht ganz besonders wichtig war, in einer Zeit das Erziehungsrecht der Eltern da reinzuschreiben, dann hat sich das vielleicht auch so ein bisschen überholt. Oder was gibt es für Beispiele sonstiger Art, die mir alle ganz viele, die mir nicht einfallen, es ist halt ein auch recht flexibles Recht in Grenzen, Grundrechte zum Beispiel gewahrt werden und entsprechend umgesetzt werden. Aber es ist natürlich flexibel und auch zukunftsgewandt. Und das macht das Bundesverfassungsgericht ja immer wieder einmal. Und insofern bietet das ein wunderschönes Instrumentarium. Gerade diese Verfassung, die relativ selten geändert wird, häufiger als die US-Verfassung, aber seltener als viele andere Verfassungen, die dann da so irgendwelche lyrischen Texte reinschreiben, ist das ein wunderbares Instrument, in dem man immer wieder die verschiedenen Gewährleistungen, die dieses wunderschöne Grundgesetz da vorsieht, in Ausgleich zueinander bringt und immer wieder neu. Und also die Würde, möglicherweise gebietet es sogar die Würde des Menschen, die Lebensgrundlagen zu schützen, nicht nur möglicherweise. Und da kann man auch das Eigentum vielleicht ein wenig mal in seiner Bedeutung zurücktreten lassen, wenn es darum geht, dass andernfalls für keinen mehr Eigentum von Relevanz ist, weil das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern jenseits des Hals steht. Und was ich hier nochmal ganz interessant finde, hier im 20a Grundgesetz, ich lese ihn einfach mal vor. Er ist natürlich kein Grundrecht, aber... Klar, er ist kein Grundrecht, aber es steht halt trotzdem im Grundgesetz. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also insbesondere dieses im ersten Teil da, dieses auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, ist ja zumindest für mich ein Indiz, dass wenn man es jetzt politisch darauf anlegen würde, diesen Grundgesetzartikel mit Sinn zu füllen, dann könnte man das durchaus tun. Da muss man jetzt nicht noch den Klimanotstand ausrufen. Ja, der Klimanotstand ist ja ohnehin so eine Parole. Bei Klimanotstand, kleiner Exkurs, was mich sehr verwundert hat, war, dass Kritik an diesem Begriff geäußert wurde, weil Notstand so, ich weiß gar nicht, welche Superschwachmaten oder welche Schmalbrettgeher darauf kam, dass Klimanotstand eine böse Bezeichnung ist, weil sie Anspielungen enthält auf Ereignisse im Dritten Reich, namentlich das Ermächtigungsgesetz. Also bei Notstand fällt einem doch zuallererst die Notstandsgesetzgebung aus den 60er Jahren ein. Ich wollte es gerade sagen. Da fällt einem doch nicht der Hitler ein. Ja, vor allen Dingen, weil das hatten wir ja auch schon mal in diesem Podcast, das Ermächtigungsgesetz hieß ja Gesetz zur Beseitigung der Not und Blar in Volk und Staat. Also das Ermächtigungsgesetz hatte ja tatsächlich nichts mit irgendwelchen Notstandsgesetzen zu tun. Das ist aber in meinen Augen auch einfach eine Nebelkerze, die dann gerne von konservativer Seite geschmissen wird, damit man sich mit sowas dann nicht auseinandersetzen muss. Das war unerträglich. Also wir sind ja, Sprache ist wichtig. Nicht Sprache, Form, Denken. Der Gedanke verfertigt sich beim Sprechen. Da muss man sehr aufpassen. Ja, und aus aktuellem Anlass, dein Rekurs auf 20a, man merkt es, in der Formulierung ist das nicht mehr so geschmeidig und so klar und einfach formuliert, wie das, was 1949 verabschiedet wurde. Das ist aber jetzt quasi Literaturkritik. Und gebietet aber dann zu sagen, die Bestrebungen auch dem Artikel 6, einen neuen Absatz 1a hinzuzufügen und der Kinderrechte noch einmal ausdrücklich nennt und ausformuliert. Da soll es heißen, jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte, einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Das ist auch entbehrt dieser präzisen, kurzen Formulierungskunst, die sich noch Bahn gebrochen hatte bei der Verabschiedungsgrundgesetz in seiner ursprünglichen Form. Man merkt, da will es einer irgendwie besonders breit abdecken. Aber es ist meines Erachtens genau das Partnerrecht, die Partnergewährleistung zu Artikel 20a. Und nur so kann das ja gehen. Weil ich finde noch ein interessantes Detail ist, dass der Artikel 20a 1994 aufgenommen worden ist in die Verfassung. Das ist also jetzt nichts, was da irgendwie von irgendwelchen Hippies unter Rot-Grün sich ausgedacht wurde, sondern das kam noch schön unter CDU-FDP-Regierung zustande. Ja. 94. Das ist noch ein interessantes Detail. Ich verlinke das mal, wenn ich daran denke, später in der Bearbeitung dieses schönen Podcastes. Ja. Sehr gut. Das ist so lustig. Bevor wir hier angefangen haben zu podcasten, haben wir gesagt, heute machen wir nur mal 45 Minuten. Ja, in der Redaktionskonferenz. Und dann zack zum Essen. Jetzt ist es aber so, dass wir schon 45 Minuten gepodcastet haben. Und wir haben noch gar keins der Themen abgearbeitet, über die wir eigentlich reden wollten. Dann reden wir jetzt über ein schönes Thema oder ein nicht so schönes Thema, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Die SPD hat einen neuen Vorsitz, hat neue Vorsitzende gewählt. Ja. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Das muss man ja dazu sagen für Leute, die das gar nicht wissen, was die SPD ist. Und dazu muss man sagen, dass das auch nicht präzise ist, denn es ist jetzt ein Ergebnis der Mitgliederbefragung da. Die siegreichen, das siegreiche Team aus dieser Mitgliederbefragung ist es Saskia Esken und Norbert, oh Gott, ey. Dieser Name, Norbert Walter-Borjans. Man muss es ein bisschen anders betonen, Norbert Walter-Borjans. Ja, also Walter, das haben wir auch im Vorgespräch auf diese schöne Aufzeichnung geklärt, Walter-Borjans ist der Nachname. Walter ist also kein Vorname, sondern Norbert Walter war früher jemand, der das Pech hatte, einen Namen zu haben, der nur aus Vornamen besteht. Diese Menschen haben ein ganz, ganz hartes Schicksal. So, also Saskia Esken, Norbert, Walter-Borjans sind jetzt siegreich hervorgegangen, aus der Mitgliederbefragung. Ulrich, dir war es wichtig, dass nochmal genau darauf hingewiesen wird, wie viele Leute denn überhaupt abgestimmt haben. Das kann ich sehr gerne vorlesen. Also erstmal ist es so, Esken, Walter, Borjans haben 53,06% bekommen und das Team Geiwitz und Scholz kam auf 45,33%. Die Wahlbeteiligung lag bei 54%. Was bedeutet das konkret? Es gab 425.630 stimmberechtigte Mitglieder, also ungefähr so viele Menschen, wie im Berliner Stadtteil Pankowohn. Es gab, und das finde ich lustig, die SPD redet hier wieder von eingegangenen Rücksendungen. Das sind 230.215, also diese sagenumwobenen 54,09% Beteiligung an der Abstimmung. Es ist so, das hatte ich ja auch schon kritisiert, das muss ich jetzt nicht nochmal in epischer Breite ausführen, aber die SPD hat ja bei dieser Mitgliederbefragung auch einen Wahlcomputer benutzt, was sehr kritisch ist, weil man das Ergebnis dadurch nicht nachprüfen kann. Um etwaiger Kritik aus dem Weg zu gehen und das ein bisschen zu verschleiern, geben sie einfach alles als eingegangene Rücksendungen an. Also du weißt jetzt nicht... Jeder, der schon mal eine E-Mail zurückgeschickt hat, weiß, das ist nicht ganz korrekt, dieser Begriff. Bei Rücksendungen ist die Assoziation, es handelt sich hier tatsächlich um irgendwie einen Brief oder sowas. Das ist tatsächlich, schlüsselt die SPD nicht auf, wie viele dieser 230.000 Stimmen denn jetzt Briefwahlstimmen waren und wie viele dieser 230.000 Stimmen Online-Stimmen waren. Was wiederum zeigt, auf was für tönernden Füßen dieser ganze Prozess da stand, zumindest dieser Abstimmungsprozess. Aber gut, muss die SPD wissen, ich habe es kritisiert, es interessiert keinen Schwanz. Davon konnten wegen der Nichterfüllung der Kriterien für eine ordnungsgemäße Stimmabgabe nicht berücksichtigt werden. 13.040 Einsendungen, darüber hatten wir auch schon geredet. Die Briefwählerinnen und Wähler waren strukturell benachteiligt gegenüber den Online-Wählern, weil es deutlich voraussetzungsreicher war, seine Briefwahl korrekt abzugeben im Vergleich zu der Online-Wahl. Bei der Online-Abstimmung hast du nur ein paar Klicks gemacht. Bei der Briefwahl musstest du tatsächlich so mehrere Umschläge richtig eintüten, eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Wobei ich mich auch gefragt habe, warum die eine eidesstattliche Versicherung überhaupt wollten. Weil mir dann ja jemand erklärt hat, dass die eidesstattliche Versicherung nur dann strafbar ist, wenn du sie abgibst gegenüber einer Behörde oder Institution, die sie annehmen darf. Wie zum Beispiel jetzt ein... Wobei es gesetzlich vorgesehen ist, dass dort die eidesstattliche Versicherung ein Mittel der Glaubhaftmachung ist. Und das sind ganz wenige Bereiche. Deshalb auch hier Wachsamkeit geboten, wenn irgendjemand den Eindruck erwecken möchte, ganz besonders ehrlich zu sein. Und er dann sagt, ich habe den Umstand, dass ich keine Firmengelder veruntreut habe, habe ich heute eidesstattlich vor einem Notar erklärt. Das kann man auch vom Spiegel sagen oder seiner Katze sagen. Die rechtliche Wirkung ist identisch. Nämlich gar nicht. Ja. Wir wollten ja nur damit jetzt hier nicht irgendjemand... Das sei mit der Katze, klar. Ja, nein, aber... Wobei, das kann natürlich sein, dass die Katze einen dann da irgendwie festhalten möchte an den vorangegangenen Äußerungen. Nein, das ist ein guter Hinweis. Nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt... Ja, also... Also es wurden 217.000 korrekte Stimmen quasi abgegeben. Von denen wiederum waren dann 445 ungültig. Das waren wahrscheinlich alle, die Jan Böhmermann oder Christopher Lauer auf den Zettel geschrieben hatten. Mir hat jetzt kürzlich jemand erzählt, Wahlhelfer, ohne natürlich da das Wahlgeheimnis gebrochen zu haben, bei einer Oberbürgermeisterwahl gewesen zu sein. Ja. Da hat ich dann auch gefragt, wie kriegen die Leute das denn eigentlich hin, ungültige Stimmen abzugeben? Ja. Weil ich dachte, das sei relativ klar, wie man das... Also man geht ja auch nicht dahin, um eine ungültige Stimme abzugeben typischerweise, sodass ich glaubte, das muss ein Versehen sein. Und es gab dann... Zwei waren dieser Person ganz besonders in Erinnerung geblieben. Die eine ungültige Stimme war, da hatte jemand ganz wilde Zahlenkombinationen, wahrscheinlich aufgrund einer Psychose draufgeschrieben. Und das andere war, dass einer auf den Stimmzettel hat gesagt, Stichwahl, Oberbürgermeisterwahl hat er draufgeschrieben. Ich finde beide scheiße. Und das fand ich irgendwie so... Ja. Fand ich so humorvoll. Ja, also auch hier stellt sich so ein bisschen die Frage, 454 Stimmen ungültig, das ist jetzt bei 217.000 Leuten, ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin haben die das auch geschafft. Ja, das Ergebnis ist ja bekannt, sonst wäre die Spannung jetzt unerträglich. Von den abgegebenen gültigen Stimmen, also die Hälfte der SPD-Mitglieder, hat dann wiederum sehr knapp, etwas weniger als die Hälfte, das Duo Clara Geiwitz und Olaf Scholz gewählt, mit 45 Prozent. Ja, 98.200. 98.246 Personen. Ja, und das Duo Frau Saskia Esken und Herr Norbert Walter-Borjans, Walter-Borjans, mit 114, nahezu 115.000 Stimmen und 53,06 Prozent. Wer diese Zahlen kennt, denkt sofort auch an den Brexit. Ähnliches Verhältnis. Und nicht nur ähnliches Verhältnis vielleicht, das werden wir mal offen lassen. Jedenfalls kann man sagen, dass also ein gutes Viertel der SPD-Mitglieder entschieden hat, dass Frau Esken und Herr Walter-Borjans die neuen Vorsitzenden werden sollen. Ja. Ja, da stehen wir jetzt. In den Medien, und das ist ja das... So, das sind dann die Fakten. Sollen wir es jetzt bewerten schon? Nee, nee, nee. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich wollte noch auf eines hinweisen, was dann wiederum auch zeigt, jetzt reite ich ja doch so ein bisschen auf dieser Geschichte mit dem Wahlcomputer rum, aber in den Medien gilt es natürlich jetzt irgendwie als Fakt, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die neuen Parteivorsitzenden der SPD sind. Was sie ja natürlich noch nicht sind. Ja, werden. Das ist aber auch so einigermaßen präzise in Qualitätsmedien. Ja, okay. Also gut, ich habe da vor allen Dingen nur Überschriften gelesen, aber gut. Ich nehme das Hype zurück. Ich will damit nur darauf hinaus, dass alle Leute, die irgendwie glaubten, ja, ja, das wird ja nur so als unverbindliches Meinungsbild wahrgenommen oder so, oder was sich da einige erhofften, das ist natürlich Quatsch. Sondern es wird jetzt natürlich, genau wie du sagst, schon auch als sehr verbindliche Empfehlung der Partei an den Parteitag empfohlen, empfunden, hier Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu wählen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon, ja, wir können gerne auch schon in die Bewertung reingehen, wenn du in die Bewertung reingehen möchtest. Ja, wir können vielleicht noch ein bisschen... Oder das, ich meine, das mediale Echo. Bisschen das mediale Echo. Das bewertet sich halt ein bisschen vom... Das mediale Echo ein bisschen referieren. Was man... Also ich stelle fest, nach meiner nicht völlig repräsentativen Auswertung, dass, also wahrscheinlich in neun von zehn Kommentierungen der Begriff GroKo fällt. Ja. Dass in etwa sieben von zehn Bewertungen darauf verwiesen wird, dass Herr Walter-Borjans sich schon in das gemütliche Rentner-Dasein verabschiedet hatte zuvor. Und es fällt noch auf, dass... Es ist halt abfällig. Der Begriff in vier bis sechs von zehn Kommentierungen geht es um... Da taucht der Begriff Nachverhandlung auf. Nachverhandlung des Koalitionsvertrages. Ja. Auch ein Instrument, das ziemlich einmalig ist. Und das so... Ja, ich hätte ausnahmsweise, was ich sonst nie tue, mal kurz bei Frau Anne Will reingeschaut. Oh mein Gott. Und das war dann allerdings ziemlich unerträglich in der Tat. Ja. Und da machte der Chefredakteur, glaube ich, das Zitzero, machte da so ein bisschen Randale, ging also Frau Eskens sehr direkt und sehr hart und sehr unhöflich an, dass sie ja nicht nicht qualifiziert sei. Und da ist Frau Eskens zunächst eigentlich ganz, ich weiß nicht, so eine Mischung aus sympathisch bis naiv, sympathisch-naiv darauf angesprungen. Er hatte nämlich gesagt, ja, das höchste Amt, das sie, Frau Eskens, bislang bekleidet hatten, war ja Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende des Landeselternrates Baden-Württemberg. Ja. Und da hat sie dann, bis sie sich dann mit einem, ich finde, ganz beachtlichen Schlusssatz gerettet hat, hat Frau Eskens so ein bisschen, ist da halt darauf eingestiegen, auf diese üble Provokation und hat versucht zu argumentieren, dass der Landeselternrat Baden-Württemberg die Leitung dort vergleichbar sei kompliziert. mit der Leitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ja. Was, egal wie richtig oder falsch es ist, halt nicht das ist, was man da meines Erachtens geschickterweise sagt. Aber dann sagte sie einen Satz, den finde ich ganz gut und beachtlich, der ist dann auch relativ viel zitiert worden, dass sie sagte, also wenn ihr jetzt wollt, dass hier nur Leute, wenn sie wollen, dass nur Leute, die schon 20 Jahre in Führungsgremien sind, Führungsarbeit machen, dann kommen wir nicht weiter. Ja. Das fand ich eigentlich nicht das Gute. Ja, ich muss, also nur wenn ich mir jetzt, nur wenn ich mir jetzt hier die ganzen Artikel, ja, Entschuldigung. Achso, nee, fandst du, nee, vom, was? Nee, nee, ich wollte mit einer Bewertung kommen, die ich mir aber noch ein bisschen aufspar. Ah, okay. Also wenn ich mir jetzt hier nur die ganzen Artikel auf spiegelonline.de angucke, ja, finde ich das schon, und das sind keine Kommentare, sondern das ist hier unter dem, das ist hier die normale Berichterstattung, in Anführungszeichen. Hier, eine Überschrift, Walter Borjans und Esken, auch total geil, die Frau dann als zweites zu nennen, aber gut. Der Politrentner und die Frau aus dem Nichts. Tja. Sein größter Coup war der Kauf von Steuer-CDs, sie trat bislang kaum politisch in Erscheinung, sie trat bislang politisch kaum in Erscheinung. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollen künftig die deutschen Sozialdemokraten führen. Wer sind die beiden? Das finde ich ziemlich abfällig. Der Pavel Mayer hat das ja auf Twitter auch nochmal ganz gut formuliert, mit so einem Motto, ey, ist irgendwie den Leuten von Spiegel Online heute aufgefallen, dass Frau Esken irgendwie, ich glaube, die sitzt ja schon seit der letzten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag, finde ich gegenüber einer Bundestagsabgeordneten ziemlich despektierlich. Der Grund, warum Saskia Esken in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, liegt ja nicht daran, dass sie keine Pressemitteilung rausgegeben hat oder so, sondern dass sich unter anderem der Spiegel für diese Pressemitteilung nicht interessiert hat. Und sie dann also die Frau aus dem Nichts zu nennen, finde ich sehr gewagt. Die Überschrift könnte ja auch sein, eine Abgeordnete, Frischer Wind. Naja, eine Abgeordnete, für die wir uns bisher nicht interessiert haben, weiß ich nicht, nötigt uns jetzt dazu, dass wir uns mal durchlesen müssen, was sie so gemacht hat. Also das finde ich schon ziemlich despektierlich. Dann hier eine Umfrage oder Umfrageergebnisse. Du hattest die Seite, glaube ich, auch auf zu diesem neuen Spitzenduo oder Führungsduo. Die Anhänger mögen die Anfänger, wo ich mir auch so denke, also mein ehemaliger... Ja, auch wenn man 67 Jahre alt ist und sieben Jahre Finanzminister des größten Bundeslandes war. Ja, und wenn man seit, ja, jetzt sechs Jahren im Deutschen Bundestag sitzt, ich glaube, Saskia Esken sitzt da schon länger. Ich muss jetzt noch mal nachgucken. Und macht Digitalpolitik. Das geht natürlich in diesem Land gerne unter. Ja, das geht unter. Ich finde es aber tatsächlich so ein bisschen Mitglied des Bundestages seit 2013. Die ist seit, also die ist jetzt seit sechs Jahren Bundestagsabgeordnete. Finde ich einfach super despektierlich, die dann als Anfänger zu bezeichnen. So, SPD-Entscheidung für Esken und Walter Borjans. Ein noch weiterer Artikel. Ja, Rote Revolte, der Triumph der Underdogs, der Underdogs Saskia Esken und Norbert Walter Borjans ist eine Zäsur in der Geschichte der SPD. Die Zukunft der GroKo hängt nun am neuen Duo und an drei anderen Schlüsselfiguren. Das ist natürlich wieder so eine Clickbait-Überschrift. Aber, also von einer Zäsur zu sprechen, I don't know. Aber die jetzt als Underdogs zu bezeichnen, ich meine, du musst dir doch mal nur angucken, wie das Feld aussah der Bewerberinnen und Bewerber für diesen Parteivorsitz. Und da gab es ja so einige linke Führungsduos oder zumindest Führungsduos die als Links assoziiert worden sind. Zum Beispiel Ralf Stegner und Gesine Schwan oder irgendwie so. Gleichzeitig hat Kevin Kühnert, der ja auch in der SPD und auch in den Jusos so ein bisschen was zu sagen hat, auch dazu aufgerufen, Esken und Walter Borjans zu wählen und so weiter. Also, und dass man dann jetzt davon überrascht ist, natürlich ist das überraschend, man hätte jetzt eher, und das haben wir ja hier in diesem Podcast auch gesagt, mit Olaf Scholz und Klara Geiwitz gerechnet, das aber auch eher aus, ja, wenn man das tatsächlich der SPD einfach zugetraut hätte, zu sagen, ja, okay, jetzt wählen wir halt den Scholz und die, jetzt wählen wir halt die Geiwitz und den Scholz und so, ja, so never change a winning team oder a losing team. aber die Art und Weise wie jetzt, das hatte heute auch jemand auf Twitter gesagt, das mochte ich ganz gerne, wie ein Teil der Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten anscheinend persönlich beleidigt zu sein scheint, dass nicht das passiert ist, was sie gerne gehabt hätten, Ja, das finde ich sehr bemerkenswert. Also, die journalistische Bearbeitung zeugt von einer großen Ratlosigkeit auch. Ja, und Kränkung auch. Kränkung und, ja, so Unwissen und, ja, und eben, und Unfähigkeit, das in irgendeiner Weise einzuschätzen. Und der Umstand, dass man die für Außenseiter hielt, also Frau Eskens und Herrn Walter-Baujans, der Umstand, dass man die für Außenseiter hielt, ist auch in der Tat das, was man einen Attributionsfehler nennt. Ja. Denn die situativen Faktoren, die sind völlig unterschätzt worden, nämlich die situativen Faktoren, dass da 400.000 SPD-Mitglieder, die die Nase unendlich voll haben von allem letztlich und jedenfalls von der alten Riege da und von der Langeweile des Olaf Scholz, die der verbreitet und der ruhigen Hand, die wollten es mal ein bisschen krachen haben. Dieser Faktor ist komplett unterschätzt worden und der Umstand, dass man jetzt als Journalist bei Spiegelzeit-Fatz-Welt, Welt, Süddeutscher oder sonst was, dass man da eben selber Olaf Scholz am besten kennt. Der würde völlig überbewertet, sodass man sich eigentlich nur vorstellen konnte, dass Olaf Scholz wird. Und ja, das ist etwas bedauerlich. Ne, bedauerlich nicht. Das ist auffällig. Doch, die Art und... Ich finde schon die Art und Weise der Berichterstattung. Also, wir beide hier in diesem Podcast, wir sind ja jetzt wirklich nicht verdächtig, irgendwie groß mit der SPD zu sympathisieren. Im Gegenteil. Ja, also wir wurden da ja in der Vergangenheit auch schon für kritisiert. Also ich zumindest auf Twitter. Dein Austritt ist ja auch schwerlich als Liebeserklärung zu werten. Genau, das wurde ja schon oft irgendwie dann auch kritisiert. So nach dem Motto, ey, Lauer, krieg doch mal dein persönliches Problem mit der SPD. Krieg das doch mal ein bisschen klar, aber verhandel das doch bitte nicht mehr in dem Podcast, weil es ein bisschen schwierig zuzuhören, was für ein enttäuschter Liebhaber du da bist. Das war jetzt ein bisschen frei formuliert und Selbstkritik schon direkt mit eingebaut. Diese Kritik kann ich auch gut verstehen. Will damit aber sagen, wir sind jetzt hier echt nicht verdächtig, in diesem Podcast besondere, also die SPD über den grünen Klee zu loben. Ja, gut. Aber die Art und Weise, wie hier mit diesen neu gewählten oder neu gewählt in Spee Parteivorsitzenden umgegangen wird, die finde ich tatsächlich so scheiße, dass ich sage, okay, wenn die dagegen sind, dann muss man ja wieder dafür sein. Ja, also das ist so eine ganz, ja, so eine ganz, ich weiß gar nicht, basale Reaktion bei mir. Da findet gar nicht groß Denken statt. Ja, das ist eine Reaktanz. Und, ja, und damit einher geht, die, also wirklich schon sehr krass vereinfachende Zuspitzung auf die GroKo-Frage. Ja, weil die halt, ja. Also, denn inhaltlich, es gibt ja durchaus Fragen, die man erörtern kann. Ja. Solche nicht gerade Randthemen wie Klimawandel und Klima-sogenanntes Paket der Bundesregierung und IT-Infrastruktur und solche ähnlichen Dinge sind ja Dinge, sind ja Themen, über die man durchaus sprechen kann. Das liegt ja sehr nahe, dass man darüber spricht. Die Zuspitzung erfolgt ausschließlich in einer Weise in der Fokussierung auf GroKo, die GroKo-Frage. Lassen die das jetzt platzen oder nicht? Das ist die Frage eins. Und die differenzierteste Variante ist, wird nachverhandelt oder nicht? Ja. Und in dieser Zuspitzung kommt es dazu, dass, also, das Wort, oder das Wir-Wollen-Nachverhandeln wird gewissermaßen in den Mund des designierten Führungsduos der Partei gelegt und dann läuft es natürlich relativ einfach für, selbst für Frau Kramp-Karrenbauer, da erstmal etwas machtpolitisch zu sagen, nix hier. So. Ja, und da steht man. Und das ist eine eher destruktive Haltung. und ich würde jetzt, ich mache auch sozusagen kein Hehl aus meiner eigenen, meinem eigenen Empfinden so richtig enthousiasmiert, haben Walter Borjans und Frau Eskens nicht und mich nicht. Das war jetzt nicht so, dass er, wow, what, was für ein Glamour und jetzt geht's aber wirklich los. nur, das war ja beim Schulz-Zug auch nicht so, dass er richtig Fahrt aufgenommen hat und nun sind die da und, ähm, tja. Ja, also, was ich, was ich, was ich sage, ja, also, du hast vollkommen recht, es ist jetzt nicht so, dass, äh, Saskia Esken und, äh, Norbert Walter-Borjans da jetzt auf einmal stehen und du dir so denkst, oh ja, super, äh, die Leute erklären uns jetzt, äh, äh, warum, weiß ich nicht, sämtliche, wir erklären uns vor allem, warum man SPD wählen soll. warum man SPD wählen soll, die Leute erklären uns jetzt, warum, weiß ich nicht, BMW vergesellschaftet werden muss oder sonst irgendwas, ja, ähm, ähm, ich habe ja hier in der Vergangenheit auch schon oft über den Zustand der SPD, äh, geredet, auch über die Kampagnenfähigkeit der SPD und wenn, äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht ganz brutal ins Willy-Brandt-Haus reinreiten und dort dieses ganze Mittelmaßgeschwader entfernen, ja, ähm, ähm, dann wird das eh eine sehr kurze, ähm, wie sagt man, eine sehr kurze Amtszeit als Vorsitzende, weil dann die Bürokratie dieser Partei dieses, äh, Duo schon irgendwie zerfetzt hat, ähm, es ist ihnen zu wünschen, dass sie bei der Wahl ihres Generalsekretärs oder ihrer Generalsekretärin, irgendjemanden qualifizierteren finden als, äh, Lars Klingbeil, ähm, aber ja, ich finde nach wie vor, ich finde diese Berichterstattung über die komplett absurd, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die SPD ja beim, als sie diese Koalition eingegangen ist, sehr deutlich gemacht hat, dass sie nach zwei Jahren prüfen will, ob sie diese Koalition weiterführt. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine fixe Idee von, äh, äh, Esken und Walter Beuerns zu einem Motto, ach ja, komm, das machen wir mal, da haben wir jetzt so ein lustiges Alleinstellungsmerkmal für den innerparteilichen Wahlkampf, sondern da war irgendwie auch noch unter Andrea Nahles oder ich weiß nicht, wer damals Vorsitzender war, äh, äh, Martin Schulz, ja, war irgendwie klar und auch unirgendwie, es war klar, nach zwei Jahren wird nochmal darüber geredet werden, ob diese Koalition und wie diese Koalition weitergeführt wird. Und jetzt wird hier irgendwie so Panik verbreitet, ähm, ja, weil die halt die Frage stellen, soll man diese Koalition so weiterführen, ja. Ich bin, also ich bin, ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht von der, von der Unterkomplexität dieser Art von Berichterstattung. Ja, die Einschätzung, die Einschätzung teile ich. Das ist wahrscheinlich die mangelnde Begeisterung für dieses Duo, muss allerdings auch sagen, keines dieser Duos hätte wahrscheinlich deutlich mehr Begeisterung hervorgerufen. und die, es ist aber auch ein, gleichzeitig ein Symptom dafür, glaube ich, wie, wie schlecht die SPD insgesamt in der öffentlichen Wahrnehmung dasteht, denn, wenn wir uns überlegen, SPD oder FDP gesagt? Ich wollte SPD sagen, FDP kenne ich nicht. Ja. Und wie schlecht die dasteht, denn es ist ja sehr leicht, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn das Duo von Frau Geiwitz, gebildet aus Frau Geiwitz und Herrn Scholz, ja, das Rennen gemacht hätte, das wäre ja auch niedergeschrieben worden, mit weiter so wie bisher wahrscheinlich, und ja, genau, da hätte es dann gehießen, mit so einer gewissen Erleichterung, dass man sagt, okay, jetzt geht es hier noch zwei langweilige Jahre weiter und dann wird, dann wird gewählt, wenn nicht also irgendwas ganz, ganz bahnbrechendes, weltbewegendes geschieht, ja, wird die SPD dann nochmal in den Bundestag kommen, aber vielmehr auch nicht. Ja, ja, wahrscheinlich sind auch einige, ja, die Bundestagsfraktionen der Sozialdemokraten, die, die zittern natürlich jetzt auch, weil die Neuwahl wäre nicht so, für mindestens die, für mindestens die Hälfte von denen würde das sagen, get a new job, get a real job. Wer weiß, also ich meine, man hat, man hat bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass so Leute wie Martin Schulz zumindest zeitweise in der Lage waren, für Umfragewerte von 30 Prozent zu sorgen, also never say never, aber ja, es ist natürlich, es geht jetzt um die Vorstellung, wie die Wahl ausgeht, wollte ich damit nicht sagen, die Vorstellung von Abgeordneten, die da sich sagen, ob sie jetzt noch zwei Jahre gemütlich da sitzen oder das Risiko eingehen, hier acht gar nicht rauszufliegen, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ich sitze lieber zwei Jahre gemütlich hier. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass die SPD diese große Koalition verlässt, aber das sind wir ja auch schon lange nicht mehr von der SPD gewohnt, dass man mal strategisch denkt und dass man natürlich in eine Verhandlung deutlich geiler reingeht, wenn man am Anfang Maximalforderungen stellt, oder ein maximal, ich will das, also eine maximal Drohkulisse aufbaut, also wenn du irgendwie sagst, ey, pass mal auf, wir verhandeln jetzt hier mal nach und wenn das Ergebnis dieser Nachverhandlungen nicht passt, dann bist du Angela Merkel deinen Job los, weil Bundeskanzlerin wirst du bestimmt auch nicht nochmal, dann sind hier alle an dem Tisch, sind dann ihre Jobs los. Ich meine, klar, die Ministerinnen und Minister der SPD hängen glaube ich ein bisschen mehr an ihrem Ministeramt als die der CDU, weil die der CDU im Zweifelsfall da in einer besseren Position sind bei Wiederwahlen, aber das ist ja schon, also das finde ich halt so witzig, weil bei Angela Merkel, wenn die sowas machen würde, würde man das natürlich alles, oder hätte man es zumindest früher mit so fünftimensionalem Schach erklärt, ne, und wie genial sie da jetzt politisch den Gegner ausmanövriert, ihre Nachfolgerin in Stellung gebracht hat. Genau, und jetzt hier bei Esken und Walter Beuerns heißt es so, oh ja, die können ja nichts, das sind ja Anfänger und so weiter und so fort und das finde ich schon, das finde ich schon ziemlich krass, aber gut, also es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht, das ist der neue SPD-Vorsitz, wo ich gerade ein bisschen lachen musste, war eine Schlagzeile bei, in der FAZ, faz.net, stand FAZ exklusiv, Christian Lindner steht für Gespräche bereit, falls die große Koalition platzen sollte, ja, ähm, what, ja, a jerk, ja, ja, also er wäre ja dann jetzt doch bereit zu regieren, oder doch nicht, ich weiß es nicht, ähm, ich finde es auf jeden Fall lustig, dass es dann so hoch platziert ist auf der Webseite der FAZ, dass man ihn anscheinend dann noch so ernst nimmt, dass man das dann direkt vermeldet, ja, aber, äh, wie gesagt, das ist alles, ja, das ist alles sehr interessant, wenn das, wie es so schön heißt, weiterverfolgen, ich weiß nicht, ob es noch irgendetwas gibt, was du dazu sagen möchtest, zu dieser Wahl, ja, einiges, aber, was denn zum Beispiel, wir warten mal ab, wir warten mal ab, wie das weitergeht, ja, man muss ja auch sehen, dass der SPD-Parteivorsitzende, auch da könnte man ja sich vielleicht mal ein etwas neues Denken angewöhnen, das ist ja kein Regierungsamt, was will ich damit sagen, damit will ich sagen, dass da diese Partei, ja nun auch ein gewisses Leben, Eigenleben führen kann, und soll, und auch dringend braucht, neben der, ja, stark ausgelaugten Regierung, und ihrer, der von ihnen gestellten Regierungsmitglieder, also insofern kann und sollte man sich, diese beiden Leute, die jetzt nicht faszinieren, das sind keine, keine Charismatiker, und große Erzähler, mitreißende Redner, innen sind sie beide wahrscheinlich nicht, aber nun, war ja jetzt, man ist ja auch nicht gerade verwöhnt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Kurt Beck, zum Beispiel, dein Freund, mein guter Freund Kurt Beck, schreibt ihr euch noch, oder? so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren, du bist Kaufpate seiner sieben Kinder, oder? auf jeden Fall, mindestens, ja, also es ist auf jeden Fall, ja, ich kann das für mich, ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt, ich kann es für mich tatsächlich nur so subsumieren, das ich tatsächlich sehr bemerkenswert finde, mit was für einer Intensität die Medien hier auf die SPD und jetzt auch auf das neue Führungsduo dort draufhauen und das wäre, und das wäre jetzt genau, und das wäre jetzt tatsächlich noch was Neues, was ich dazu sagen kann, das habe ich heute auch getwittert, dass da natürlich sofort auch wieder mein Piratenpartei PTBS rein kickt, ja, weil ich das natürlich gewohnt bin oder noch kenne, von der Piratenpartei, weil dort ja dann auch, als wir diese Urheberrechtsdebatte hatten 2012 nach Ostern, da haben die Medien natürlich auch in einer Vehemenz auf die Piratenpartei draufgehauen, wo ich mir auch so die Frage gestellt habe, ob das denn jetzt notwendig ist, und was wirklich schwierig ist, ist, dass du es mit Medienvertreterinnen nicht konstruktiv diskutiert bekommst, weil die da jede Form von Verantwortung und so von sich weisen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist keine Form von verantwortungsvoller Berichterstattung, sondern das ist eine Form von Berichterstattung, die, und das hatte ich schon gesagt, ja anscheinend sehr von der Enttäuschung getrieben ist, dass da die SPD-Basis nicht so abgestimmt hat, wie das Teile der Hauptstadtpresse gerne gehabt hätten. Ja, gerne gehabt oder überhaupt auch sich nur vorstellen konnten. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und das finde ich, das finde ich schon sehr, finde ich, finde ich schwierig, finde ich schwierig. Gut, wenn du nichts mehr zur SPD hast und ich nichts mehr zur SPD habe, komme zu einem anderen unschönen Thema, dass ich nicht, dass ich, wir haben ja hier in diesem Podcast, reden wir ja öfter mal so über die Frage. So ein bisschen, genau, das ist so ein schmuddeliges Thema fast. Ja, in einem gewissen Sinne. Ja, wir reden ja, wir reden oft in diesem Podcast ja darüber, zu welchen Themen sagt man was und zu welchen Themen sollte man nichts sagen. Und zum Beispiel ist es ja so, wir kommentieren ja jetzt auch nicht mehr jeden Tweet von ehemaligen Vorsitzenden Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Habe ich hier sogar jetzt vermieden, den Namen zu nennen. Ja, ist einfach nicht mehr satisfaktionsfähig. Er ist nicht mehr satisfaktionsfähig. Wir hatten auch darüber geredet, Christian Lindner, grenzwertig, sollte man überhaupt noch über den reden. Eine Person, die wir in diesem Podcast, glaube ich, noch nie erwähnt haben, aber ist tatsächlich der sogenannte Komiker Dieter Nuhr. Und zwar deswegen nicht erwähnt haben, weil und jetzt bin ich schon im Bewertungsteil, ich weiß gar nicht, seit wann der im Fernsehen auftritt, ich glaube schon relativ lange, ich weiß, dass ich den als Kind auch schon im Fernsehen gesehen habe oder als Heranwachsender auch schon im Fernsehen gesehen habe und ich fand den tatsächlich noch nie lustig. Ich habe das auch nicht verstanden, warum sich Leute sowas angucken. So, jetzt hat dieser Dieter Nuhr aber etwas gemacht beziehungsweise es gab Berichterstattung darüber und diesen ganzen Vorgang, den fand ich jetzt so bemerkenswert, dass ich ihn mal versuche hier zu erzählen. Also, es begab sich zu der Zeit, dass Dieter Nuhr jetzt schreibe ich den Namen schon falsch, hatte einen Auftritt in der Sparkassenarena in Kiel. So, in der Sparkassenarena in Kiel trat er vor 3.500 Leuten auf. Am Ende dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, am Ende des Programms, gegen Ende des Programms arbeitete sich Dieter Nuhr, so der Korrespondent oder wie sagt man das, der Rezensent der Kieler Nachrichten, am Ende arbeitete sich Dieter Nuhr an Greta Thunberg ab. Wo man ja schon mal die Frage stellen kann, wenn es Aufgabe von, weiß ich nicht, Satirikern und Komikern oder zumindest derjenigen, die für sich in Anspruch zu nehmen, Satire zu machen, wenn es deren Aufgabe ist, sich an den Großen und Mächtigen des Landes, der Welt, der Menschheitsgeschichte abzuhalten. Ja, berichte doch noch mal kurz, was er gesagt hat, please. Ja, das war, das war eben der, das war eben das Problem, also, es ging um, jetzt hast du mich aus dem Konzept gemacht. Ja, ich wollte darauf hinwirken, dass die Meinung auf den Fakten bezeichnet ist. Ich wollte meine Meinung in eine Frage verpacken und hatte gehofft, dass du es nicht merkst, aber du hast es gemerkt, so, was haben wir jetzt davon. Er hat sinngemäß, so wie ich das jetzt hier den Kieler Nachrichten entnehme, hat er sinngemäß einen Vergleich aufgestellt, der folgendermaßen ging und wobei es mir wichtig ist, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich mir diesen Vergleich nicht zu eigen mache. Dieter Nuhr sagte sinngemäß, die Ideologie Greta Thunbergs würde dazu führen, in ihrer Radikalität, dass 2,5 Milliarden Menschen sterben. Punkt. Weil wenn man nicht mehr fliegt und es keinen Welthandel mehr gibt und so, dann sterben halt diese Leute. Gut. Und dann hat er eine Wollte vollzogen, dass er sagte, ja, wenn nachfolgende Generationen sich das dann angucken würden, was die Greta Thunberg da gemacht hat oder was die Ideologie, wozu die geführt hat, dann würden sich da ja Vergleiche mit der Ideologie Stalins und Hitlers auf drängen. So, also es ist tatsächlich eine etwas sehr komische, er hat das sehr komisch verpackt. So, daraus hat dann, die haben dann die Kieler Nachrichten gemacht, ja, es gab da einen, es gab Dieter nur vergleicht Greta Thunberg mit Adolf Hitler und Josef Stalin, wo dann auch der Korrespondent schrieb, ja, also eigentlich ist der nur klug genug, der hat sowas eigentlich nicht nötig. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat daraus eine Meldung gemacht, in der sie gesagt haben, Dieter nur vergleicht Greta Thunberg mit Stalin und Hitler. So, daraufhin hat sich Dieter nur auf Facebook wahnsinnig beschwert und gesagt, er hätte Greta Thunberg gar nicht mit Hitler und Stalin verglichen. Gleichzeitig sagte Dieter nur aber auch nicht, was denn jetzt, was er denn jetzt gesagt hat. Normalerweise würde man ja in einer solchen Situation, entschuldige die Bewertung lieber Ulrich, würde man ja sagen, was man gesagt hat. Ich bin ein bisschen beleidigt. Aber wenn du, verstehst du, wenn jetzt jemand sagt, der Lauer, der hat im Podcast gesagt, weiß ich nicht, Hitler ist toll, dann würde ich sagen, nein, nein, ich habe nicht gesagt, Hitler ist toll, ich sagte, Hitler ist toll, da habe ich mich versprochen. Ja, dann würden wir das nochmal richtig stellen, dann würden wir das anhören. Und jedem, der sagt, Glauer vergleicht, findet Hitler toll, derartig einen vor den Latz abmahnen. Juristisch, genau. das ist der Witz. Dieter Nuhr hat nur auf Facebook rumgeheult und gesagt, ich habe das gar nicht gesagt, das ist alles Fake News, bla, 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 bla. Und dann hat er noch die Kieler Nachrichten würden gezielte falsche, gezielte Falschinformationen. Was ja auch nochmal ein bisschen was anderes ist als, sorry, wir haben ihn da irgendwie falsch zitiert oder so. Lügenpresse. Gleichzeitig, ja, das geht schon sehr in diese Richtung Lügenpresse. Gleichzeitig hat Dieter Nuhr wie gesagt nicht gesagt, was er gesagt hat und er hat auch, so wie ich das verstehe, den Kieler Nachrichten keine Abmahnung geschickt. Das ist ja das, was man normalerweise macht, wenn man Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung ist und der Meinung ist, dass hier eindeutig etwas falsch berichtet wird. Dann ruft man eigentlich zuerst an und sagt, Leute, könnt ihr das bitte korrigieren? Ja? Und wenn die Leute dann sagen, nein, wir korrigieren das nicht, dann sagt man, gut, dann schicke ich euch jetzt einen Anwalt und dann schreibt der Anwalt eine Abmahnung und diese Abmahnungen sind dann so, dass man das, was dort verbreitet wird, nicht mehr sagen darf und wenn man es sagt, muss man eine Strafe von, weiß ich nicht, 250.000 Euro bezahlen und wenn das Medium der Meinung ist, nein, auch diese Abmahnung unterzeichnen wir jetzt nicht, beziehungsweise diese, wie heißt das, schuldbewährte Unterlassungserklärung oder so? Strafbewährte Strafbewährte Unterlassungserklärung, dann geht das vor das Gericht. Erst in den einstweiligen Rechtsschutz, glaube ich, und dann ins, wenn da alle, wenn da keine Abschlusserklärung ist, ist ein bisschen anders, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Entschuldigung. Long story short, der gute Mann hat meines Wissens keine Abmahnung geschickt, hat auch keine einstweilige Verfügung erwirkt, dennoch haben die Kieler Nachrichten den Artikel ihres Korrespondentens gelöscht und haben stattdessen eine Richtigstellung veröffentlicht, wobei diese Richtigstellung gar nicht mehr Richtigstellung heißt, sondern sie trägt die Überschrift nur weist Kieler Nachrichten Bericht zurück. Da gibt es hier eine Zwischenüberschrift, die erste lautet Chefredaktion räumt unglückliche Formulierungen ein. Zitat Tatsächlich habe es einige missverständliche Formulierungen in der Rezension gegeben, räumt Chefredaktion ein, so wurden Äußerungen nur über den Klimawandel in dem Text unglücklich wiedergegeben, aber auch ohne darauf einzugehen, wie sie jetzt unglücklich wiedergegeben worden wollen. Wir bedauern dies sehr und entschuldigen uns an dieser Stelle bei Dieter Nur, sagt Chefredakteur Christian Longalt. Die Chefredaktion habe daher entschieden, die Rezension auf KN online zu löschen. So, und jetzt kommt der eigentliche Witz. Nächste große Zwischenüberschrift, die Namen Hitler und Stalin sind gefallen. So, in den sozialen Netzwerken wird vereinzelt behauptet, die Wörter Hitler und Stalin seien in Kiel gar nicht gefallen. Dazu erklärt unser Rezensent, nur habe am Ende seines Auftritts einen Bogen geschlagen von der ideologischen Radikalität der Forderungen der Klimaaktivisten, so sie denn konsequent umgesetzt würden, zu den verheerenden Folgen der Diktaturen von Hitler und Stalin kommende Generationen könnten in der historischen Rückschau einen solchen Vergleich ziehen, habe nur sinngemäß erklärt. Der Witz ist, das ist genau das, was in dem streitgegenständlichen Text der Kieler Nachrichten auch drin stand, nur ein bisschen anders formuliert. Ich habe wirklicherweise noch Screenshots gemacht, bevor dieser Text weggenommen wurde, da schreiben die Kieler Nachrichten nämlich, nur legt nach, Gretas Fundamentalismus würde mehr Not und Elend verursachen, als der Kampf gegen den Klimawandel, durch Forschung und Innovation. Aber so nur weiter, was sind schon Menschen leben, wenn es um die große Sache geht. Doch er dreht die Schraube noch weiter und provoziert mit der Analogie, dass Gretas Radikalität sinngemäß mit den Folgen der Ideologie Hitlers oder Stalins in Verbindung bringt, heftig und eines eigentlich klugen Kopfes unwürdig. so so also der Witz ist, da steht in dieser Richtigstellung oder in diesem Bericht nur weiß Kieler Nachrichten Bericht zurück, steht nochmal exakt dasselbe, worüber er sich nur aufgeregt hat, was er angeblich nicht gesagt hätte, trotzdem kommt es zu dieser Richtigstellung und trotzdem und die Welt berichtet dann darauf, ja Kieler Nachrichten den entschuldigen sich bei Dieter nur, zitieren diesen Artikel aber zu 100% falsch, weil im Weltartikel stand dann drin, die Namen halten wir fest, die Namen Hitler und Stalin sind nicht gefallen, dann habe ich die Welt darauf hingewiesen und gesagt, Moment mal Leute, aber ihr wisst schon, dass in dem Artikel, den ihr verlinkt, genau das Gegenteil davon drinsteht, worauf sie dann in diesem Weltartikel ungelogen gemacht haben, ob während des Auftrittes die Namen Hitler und Stalin fehlen, ist zumindest umstritten, ja, das ist ziemlich geil und das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat auch noch einen Artikel gemacht, Dieter Nur wehrt sich gegen Zeitungsbericht, so, das wollte ich eigentlich alles nur mal sagen. Ja, also Dieter Nur, als Konsequenz daraus, wir werden ihn beobachten, sollte er richtig großen Mist bauen, werden wir das aufgreifen und ansonsten werden wir ihn gepflegt ignorieren, würde ich mal sagen. Also, was mir dazu noch einfällt, ist, dass der, ja, selbst und Fremdeinschätzung sagen, ja, er sei Kabarettist, was daran auch nur ansatzweise lustig sein soll, erschließt sich mir in keiner Weise. Sind wir jetzt im Bewertungsteil, oder? Du siehst, ich bin noch immer ein bisschen wiestig. Ist das eine Retour-Gutsche? Ja, okay, also das erschließt sich dir in keiner Weise. Ja, das erschließt ich mir nicht, was daran witzig sein soll. Und ich, ich kenne Dieter nur aus Zeiten, der irgendwelcher Fußball-Großereignisse, glaube ich. Hat der die kommentiert? Nein, nein, der hat dann so ein Randprogramm, wo der dann was Lustiges zu den Ereignissen des Tages sagen wollte, oder so etwas. Und das war, ohne dass ich Dieter Nuers politische Ausrichtung kannte damals, und ohne dass ich schon wusste, was für ein Quatsch er im November, Dezember 2019 anrichten würde, war das nach meinem Geschmack extrem unlustig, was ja bei Karotisten vielleicht ein Qualitätsmerkmal sein sollte. Und ich habe jetzt gerade beim Googeln, bei der hat mir aufgefallen, dann gab es wohl noch so eine Episode vor kurzer Zeit, dass er sich islamfeindlich geäußert haben soll, und dass vorrangig Treffer angezeigt werden aus der Richtung der Zeitung Die Welt, Merkur und solche Dinge, die sich da gerne mit befassen. Also, verdächtiger Mann, Dieter Nuhr. Ja, verlächtig ist, finde ich jetzt ein bisschen zu hart formuliert, wenn sich Dieter Nuhr das hier anhört, was er bestimmt tun wird, hallo Dieter, wir kennen uns gar nicht, aber ich habe gedacht, duzen wäre ganz okay. Aber wenn wir uns jetzt hören, wäre es ja auch interessant, dass er uns dann sagen könnte, was er gesagt hat. Ja, Dieter, wenn du uns hier hörst, sag uns doch mal, was du da gesagt hast bei deinem Auftritt im Wortlaut. Das ist ja wieder zu viel der Ehre, weil verlächtig finde ich den gar nicht. Ich finde den halt einfach nicht witzig und ich finde die Art und Weise und ich hoffe jetzt, darf ich das sagen, man darf ja heutzutage auch gar nichts mehr sagen, darf ich sagen, Ach, sag doch, was du willst. Wenn du als Kabarettist, als sogenannter, deine Aufgabe daran siehst, dich an 16- oder 17-jährigen jungen Frauen abzuarbeiten, die durch die Welt touren, um dafür zu werben, dass wir als Menschheit diesen Planeten nicht komplett kaputt machen, damit ja auch noch zukünftige Generationen diesen Planeten bewohnen können, ja, dann sollte man sich doch mal nochmal ein bisschen fragen, ob man da bei der Berufsbeschreibung, von der man behauptet, man führe sie aus oder man übe sie aus, ja, ob man da richtig aufgepasst hat. Weil in meinen Augen gehört es nicht unbedingt zum Kerngeschäft eines Satirikers oder eines Kabarettisten oder wie immer man das nennen möchte, was der Dieter nur da macht, ja, dass man sich da also an einer, ja, an Greta Thunberg abarbeitet. Ich meine, klar hat die natürlich Einfluss und Macht dadurch, dass sie eine globale Medienpersönlichkeit ist, aber den CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland oder DDR-USA oder der Volksrepublik China kann die jetzt auch nicht dadurch senken, dass sie vor der UN spricht und sagt, Leute, senkt mal bitte den CO2-Ausstoß. Ulrich nickt, das könnt ihr nicht hören, aber Ulrich nickt. Will damit sagen, vielleicht sollte sich Dieter nur mal Leute in seiner Preisklasse aussuchen zum Abarbeiten. Aber vielleicht ist das auch, wir hatten da ja auch mal bei, bei wem hatten wir denn darüber gesprochen? Ich glaube bei Christian Lindner, ne? Der hatte sich doch auch schon mal so an Greta Thunberg irgendwie vergriffen. Ja, wir haben bei Christian Lindner den, das berühmte, die Forderung nach Experten. Ja, genau. Wir sollten doch lieber Experten machen. Genau. Und in Verbindung mit der Kuhkrawatte. Mit der Kuhkrawatte? Naja, dass er als Jugendlicher eben nicht die Welt gerettet hat, sondern sich für komische Dokus beim WDR hat aufnehmen lassen. Das war Kuhkrawatte, ja, ich hätte es anders abgespeichert. Das war in der Tat die, in kurzer Folge unfreiwillige, Christian Lindner kann komisch sein, unfreiwillig. Ja. In relativ kurzer Abfolge, als dieses, dieses Video aus der Zeit, dass Christian Lindner als 16-Jähriger mit Kuhkrawatte auftauchte, wo er erklärte, dass die Schule so bescheuert sei und er jetzt so richtig, mal richtig die Unternehmensberater-Szene auf Vordermann bringen würde. Ja. Und, ja, kurze Zeit später sagte er dann, man müsse solche Sachen, bestimmte Dinge den Experten überlassen, das könnten keine Kinder und Jugendlichen tun. Ja, also, ja, die Tanur. Ja, was ich daran, und deswegen habe ich das überhaupt erzählt, was ich daran tatsächlich bedenklich finde, ist, wie hier die Kieler Nachrichten einen Artikel gelöscht haben, um dann nochmal einen anderen Artikel online zu bringen, wo genau dasselbe drin stand, was zur Löschung des ersten Artikels geführt hat und ich mich tatsächlich, also, ich finde es nicht gut. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut in Deutschland, auch wenn wir das, was die Presse tut, oft und gerne hier kritisieren und es ist ja auch gut, dass es irgendwie kritisiert wird, die müssen sich ja Kritik auch anhören, aber ich finde, wenn man Kritik äußert und insbesondere, wenn man der Meinung ist, dass dort was Falsches berichtet wurde, dann muss man es doch klar benennen können und wenn man es nicht klar benennen kann, das war bisher eigentlich so Usus in Deutschland, dann bleibt es halt weiter in der Zeitung stehen oder dann bleibt es halt weiter auf der Webseite stehen. Ja, das ist ein sehr befremdlicher Vorgang, denn es kann auch nicht sein, dass man mit einem gewissen Rechercheaufwand, sollte man doch bei 3000 Zeugen ungefähr herausfinden können, was der gesagt hat. Da haben doch, also von diesen Zuschauern haben doch mindestens 2900 das Ganze auch mitgeschnitten. Ich meine, wer zu Dieter Nuhr geht, der nimmt es doch auch auf. Also es muss doch jemanden geben, der diese Passage aufgenommen hat. Ja, wahrscheinlich hat das sogar Dieter Nuhr aufgenommen. Ich zweifle ja Dieter Nuhr, damit er sich dann hinterher abends im Hotel noch mal seine allerbesten Klopper anhört. Naja, ich meine, normalerweise machen die Kabarettistinnen und Kabarettisten die sogenannten, das ist ja schon so, dass sie dann auch gerne mal so ein Live-Album rausbringen oder so. Die müssen ja auch mit irgendwas Geld verdienen, die können sich ja nicht nur davon ernähren, dass da 3500 Leute in die Kiel-Arena kommen und so. Aber das fand ich bemerkenswert, dass es also tatsächlich die Kieler Nachrichten jetzt dann auch nicht dahin gegangen sind und gesagt haben, komm, also pass auf, ich war da ja noch mit, weiß ich nicht, meiner Freundin Uschi, die kann halt auch bestätigen, dass der Nuhr gesagt hat, wir haben hier noch irgendwie fünf weitere Gäste gefragt, die können halt auch bestätigen und außerdem gibt es ja hier auch noch einen Mitschnitt von der Praktikantin besorgt. Ja, habe ich mir noch einen Mitschnitt besorgt und irgendwie bestätigen die alle meine Versionen. Und das finde ich halt ziemlich krass, dass Dieter Nuhr, pun intended, nur weil er da anscheinend auf Facebook irgendwie rumkotzt, dann wahrscheinlich viele seiner Facebook-Anhänger bei den Kieler Nachrichten irgendwie rumgepöbelt haben. Ich hatte ja auch relativ viele Leute bei mir, ich hatte das ja auch auf Twitter kommentiert und da hatte ich ja auch relativ viele Leute in der Timeline, wo ich mir gedacht habe, so, oh, was habe ich mir denn da eingefangen, ja. Also, war schon sehr interessant, wer dann auf einmal einen beleidigt, weil man irgendwie so sagt, so, ja, okay, also, was macht denn der Nuhr hier, so, ne. Finde ich schwierig, weil dafür gibt es normalerweise eben genau diese, diesen Mechanismus, den ich vorher ein bisschen falsch beschrieben habe, mit der Abmahnung und mit der einstweiligen Verfügung und dann halt im Zweifelsfall einen Verfahren. Ja, da muss man dann auch mal in der Tat den Wind ein bisschen sich um die Nase wehen lassen und gegebenenfalls auch mal ein bisschen stärkeren Wind aushalten. Fort zurück, also auf Facebook-Äußerungen hin würde ich tendenziell auch, nicht nur tendenziell, würde ich auch nicht zurückrudern. Das sollte man nicht machen, liebe Kieler Nachrichten. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also, es ist schwer verständlich. Man findet auch nirgendwo, was er gesagt hat. Das war ja der Versuch, das hier aufzubohren. So richtig präzise geht es nicht. Ja, Dieter Nuhr, auch Nordrhein-Westfale, immerhin. Immerhin. Ja, ist schwierig. Mich hat der ganze Vorgang irgendwie ein bisschen befremdet, aber vielleicht ist das so. Ich kann mich noch daran erinnern, als Pirat, weil das war echt schwierig, da irgendwelche Formulierungen, die also teilweise auch überhaupt nicht gestimmt haben, da irgendwie aus der Zeitung zu kriegen. Da haben sich die Medien auch immer extrem angestellt. Die waren extrem beleidigt, da musstest du immer mit einem Anwalt drohen und so. Ja, gut. Ja, so, da stehen wir jetzt. Da stehen wir jetzt. Jetzt ist die Frage, willst du noch über dieses unsägliche Urteil in Gießen reden, dass dieses, wo ein Gericht der Meinung war, dass ein NPD-Plakat mit einer rassistischen Äußerung Ja, es ist weniger, ja, ganz kurz, ganz kurz, in der für uns Kürze. Es ist weniger das Ergebnis, als der Weg, auf dem das Gericht zu dem dort erzielten Ergebnis kommt, der also in höchstem Maße besorgniserregend ist, einerseits. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, nach Normalverteilung muss es auch in der Richterschaft wirklich ziemlich gestörte Gestalten geben und hier hat sich eine geoutet und zwar mit einem spürbaren Genuss, wenn man das Urteil liest, dass sie besorgt hat. Genuss an sich selbst besorgt, genau, mit einem spürbaren Genuss an sich selbst und der selbst vorgestellten intellektuellen Brillanz, die ist aber nur selbst vorgestellt. Ja, das war jetzt noch nicht so richtig die Fakten Schilderung zu Beginn, sondern das war gleich ins volle. Also, der Hintergrund oder kurzer Sachverhalt, das Verwaltungsgericht Gießen musste befinden über einen von der Stadt Gießen im Vorfeld des Europawahlkampfes ausgesprochenes Verbot, ein Plakat der sogenannten Partei NPD aufzuhängen. Also, die hat gesagt, hier weg mit dem Plakat. Dieses Plakat beinhaltete die Worte Stoppt die Invasion Migration tötet Widerstand jetzt Daneben finden sich als Design Merkmal das NPD Logo und so in Wasserzeichen Artig im Hintergrund dazu verschiedene Städte in Deutschland, vor denen jeweils ein Kreuz abgebildet ist. Ein Kreuz, wie man es als Symbol für Verstorben in einer Todesanzeige oder man sagt Geboren am mit dem Sternchen, dann ist das das Kreuz, das daneben steht, um den Todestag zu bezeichnen. Dieses Plakat also stoppt die Invasion Migration tötet Widerstand jetzt, also die Stadt Gießen als volksverhetzend angesehen und der NPD aufgegeben, dieses Plakat zu entfernen und nicht zu verwenden. Wie das in solchen Fällen ist, ist dieser Rechtsstreit nicht vor dem vor der Europawahl entschieden worden. Das heißt, die Gelegenheit, dieses wundervolle Plakat wieder aufzuhängen und in der Europawahl zu nutzen, das hatte die NPD nicht, sondern jetzt im August ist das Urteil ergangen. Die schriftlichen Urteilsgründe liegen offenbar erst jetzt vor. Am 9. 8. 2019 hat das Verwaltungsgericht Gießen durch einen Einzelrichter ein Einzelner, der dieses unsägliche Urteil verfasst hat. Du betonst das so, ist das jetzt eher ungewöhnlich? Nein, das ist nicht ungewöhnlich, aber das deutet darauf hin, dass hier eine Einzelperson völlig ausgeflippt ist. Normalerweise betreiben wir keine Urteilsschelte, aber da du dir das Urteil anscheinend schon angeguckt hast, scheint es hier gerechtfertigt zu sein. Wie gesagt, das Urteil ist in der Tat vom Ergebnis her, es ging dann um die Frage, durfte die Stadt Gießen das untersagen? Und im Ergebnis kommt das Verwaltungsgericht Gießen dazu, zu der Entscheidung, nein, die Stadt Gießen durfte das nicht untersagen, denn erstens, die Stadt Gießen hat keine ordnungsgemäße Anhörung durchgeführt, bevor sie das untersagt hat, und zweitens, das Plakat war nicht volksverhetzend, sodass keine Grundlage dafür erfüllt war, das Plakat zu untersagen. Kann man sich womöglich über beides noch unterhalten, auch das Bundesverfassungsgericht, das bislang über jeden Zweifel erhaben ist, tut sich bei der Abgrenzung von volksverhetzenden zu einfach nur ekligen Aussagen tut es sich schwer, weil es eine schwierige Abgrenzung ist, da man für den Fall, dass die Volksverhetzung zu weiträumig angenommen wird, natürlich die Meinungsfreiheit beschränkt. Das war jedenfalls das Urteil, aber die Begründung, die ist Hanebüchen, die ist nahezu unerträglich. Jedenfalls Ich muss noch mal eine Frage stellen, kann man, das ist jetzt wahrscheinlich, egal, ich stelle sie jetzt einfach, kann man gegen dieses Urteil noch irgendwie Berufung? Ja, das war okay, gut. Entschuldigung, ich wollte, das war das, was ich für mich noch, damit es einen Hoffnungsstreit am Horizont gibt. Das war eigentlich das, was ich so als, was soll ich sagen, so als Baldrian-Dragé dann am Ende zu gibner Zeit, wenn deine, meine, beste Stimmung auch immer zu schlecht würde. Meine war jetzt schon sehr, sehr schlecht, deswegen ich bräuchte das, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Oberverwaltungsgericht, das hessische müsste das denn sein, wird diesen Fall noch einmal sich anschauen und dann ist auch so gesehen alles gut, wenn die das hinkriegen, dann ist das auch gut. Das ist ja, dafür gibt es ja den Instanzenzug, dass wenn irgendwo ein Idiot rumläuft, dass der hinterher korrigiert wird. So, jedenfalls, dieser Richter hat also Dinge gemacht, er hat sich nicht damit begnügt zu sagen, ja, die Anhörung war fehlerhaft und deshalb ist es aus formalen Gründen rechtswidrig gewesen, diese Untersagung. Nein, nein, er hat gesagt, der objektive Aussagegehalt der Äußeren Migration tötet, ist eine empirisch zu beweisende Tatsache und er hat es dann so, auch so pseudohistorisch hat er das begründet und hat gesagt, hat sich also Migrationsbewegungen in der Geschichte angeschaut und hat es alles so mit so einem pseudo-intellektuellen Duktus hat er das geschrieben und da hat er dann also jeden darin enthaltenen Begriff oder jede enthaltene Aussage Migration tötet, hat er nach seiner Meinung auseinander genommen und er hat gesagt, also wenn da steht Widerstand, dann könne ja auch durchaus der zivilgesellschaftliche Widerstand damit gemeint sein, Widerstand könne auch Zitat dergestalt ausgeübt werden, dass gegen eine unerwünschte Rechtslage oder eine unerwünschte gesellschaftliche Entwicklung eine Änderung auf politischem oder gesetzgeberischen Weg erreicht werden soll. Das ist schon mal eine Vorstellung und die kann man sich wirklich nur bilden, wenn man in einer eigenen ganz fremden Welt lebt, dass so ein Hohlkopp, der so ein Plagat hochhält, dass der meint, nun auf politischem oder gesetzgeberischem Wege möge doch einer gesellschaftlichen Entwicklung entgegengewirkt werden. Ja, vor allen Dingen, was er ja da, Entschuldigung, darf ich schon was sagen? Du darfst schon was sagen. Ja, also, wenn wir jetzt in der eigenen Logik des Richters bleiben würden, oder bleiben, dann ist aber die Sache mit der Migration, das wäre vielleicht auch nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, dass Migration ja die legale Bewegung zwischen Ländern bedeutet, da geht es ja noch nicht mal um Asyl, die NPD verwendet das nur Synonym. Ja. Also, das ist schon mal der erste Denkfehler. Also, ein Niederländer, der sich dann wegen günstigerer Preise für Grundstücke im Kreis Kleve niederlässt, ist ein Migrant. So, erstens das, also da ist ja schon mal seine Argumentation inkonsistent, aber selbst wenn man sagen will, dass das Wort Migration auch die Leute umfasst, die hier Asyl beantragen, dann muss man leider sagen, dass es ein bisschen schwierig ist, auf juristischem Wege, oder wie er sich das dort vorstellt, gegen Sachen Widerstand zu leisten, die Deutschland im Rahmen auch von völkerrechtlichen Abkommen, wie zum Beispiel der Genfer Flüchtlingskonvention einhalten muss, also da würde ich dann aber gerne die weitere Begründung des Richters hören, oder ich will sie wahrscheinlich nicht hören. Willst du eigentlich nicht, aber kriegst du trotzdem. Also Stopp die Invasion heißt es ja, und er setzt sich jetzt mit dem Begriff auseinander und Migration tötet, hat er schon einmal gesagt, wird er gleich auch nochmal ausführen, warum dieser Satz nach Auffassung dieses Richterchens da richtig ist. Er sagt jetzt auch Stopp die Invasion, begründet jetzt auch, warum der Zusammenhang zwischen nach Deutschland einreisenden Migranten und dem Begriff Invasion, warum der nach seiner Auffassung zutreffend ist. Und da schaut er, jeder der Latein in der Schule hatte, dem Graut, dass er zitierte den kleinen Stuhwasser. das Latein Lexikon. Aber dann sagt er, allen Ernstes, die Geschehnisse im Jahr 2015 sind durchaus mit dem landläufigen Begriff der Invasion vergleichbar und beinhalten keine Wertung und damit keinen volksverhetzenden Charakter. Das ist keine Wertung, Invasion, das ist eine reine Tatsachenfeststellung, sagt dieser Richter. Was ja kompletter Quatsch ist. Dann kommt er und das ist voll abgegangen, er hat 22 Seiten geschrieben und das alles bezahlt und so weiter. Bei der Bewertung, jetzt kommt er zu dem Begriff der Migration und Migration tötet, die Kernaussage, auf die es abzustellen, Migration tötet. Bei der Bewertung dieser Begrifflichkeit ist nicht allein auf die aktuellen Ereignisse oder Ereignisse seit 2015 abzustellen, sondern die Thematik insgesamt zu beleuchten. Migrationsbewegungen fanden in der Geschichte immer wieder statt. Und dann kommt er, die Entstehung der Sahara löste zwischen 3000 und 1000 vor Christus eine Wanderung von Bantu aus Westafrika. Und so geht das weiter. Der absolute Höhepunkt dieser Argumentation ist erreicht, wenn er sagt, dass die jüdische Migration sich zum Beispiel beim Auszug der Israeliten aus Ägypten im Jahr 1250 vor Christus zeige. Diese Migrationsbewegungen endeten teilweise auch mit erheblichem tödlichen Ausgang. Da sagt er also, ja, das ist also richtig. Er kommt weiter zum Ergebnis, die invasive Einreise europäischer Ausländer führte, jetzt auf den amerikanischen Kontinent, führte dazu, dass mittlerweile keinerlei indianischen Gebiete oder autonome Strukturen und Kulturen in Kanada oder in den USA mehr vorhanden sind. Das heißt also von, jetzt sagt er, von den europäischen Eindringlingen wurden die Indianer getötet. Ebenso, das habe ich schon mal irgendwo gehört, ebenso wie sich auch die Indianer mit tödlicher Wirkung gegen die Eindringlinge zur Wehr setzen. Also da kommt er dann zu dem Ergebnis, dass Migration tötet. Und das macht er noch mit einer akribischen Aufstellung von tatsächlichen oder vermeintlichen Invasionen, Invasionen nicht, Delikten, Körperverletzungen und Tötungs Delikten zum Nachteil begangen durch das, was er wohl für Migranten hält, macht er eine große Liste und begründet auch damit, dass Migration tötet. Abstrakt gesehen kann eine übermäßige Migration in Form der Immigration nach Deutschland auch zum Tod der deutschen Kultur führen. Das ist der Volksgerichtshof. Auch diese freiheitliche und demokratische Grundordnung kann durch Migrationsbewegungen größeren Ausmaßes nicht nur beeinträchtigt, sondern sogar beseitigt und damit getötet werden. Und jetzt nahtlos geht es weiter. Exemplarisch sei hier an die Silvesternacht 2015 erinnert. Also das ist... Da hat er noch nicht mal Köln hingeschrieben. Nein, da hat er nicht Köln hingeschrieben. Also da hat er jetzt zunächst nicht Köln hingeschrieben, es geht dann aber weiter. Oh, jetzt bin ich wieder bei dem Bantu gelandet. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Diesbezüglichen Ereignisse in Köln führt... So, und dann macht er... Und das ist wirklich... Das ist vieler Leute unwürdig, aber erst recht eines Juristen wirklich in höchstem Maße unwürdig, dass die Ereignisse in Köln zu 1210 Strafanzeigen geführt haben. Und dann sagt er, etwa ein Drittel der Beschuldigten war nach der Angaben der Staatsanwaltschaft Asylbewerber und dann zählt er auf, dass die größte Gruppe der Verdächtigen Algerier waren. Das heißt, er nimmt die Beschuldigten und die Verdächtigen und das ist vollkommen unzulässig. Das muss man kann und muss man ausschließlich die Verurteilten nehmen, nämlich diejenigen, deren Schuld festgestellt worden ist, wenn überhaupt. Ja, und dann führt er noch auf, dass es also Städte gibt, Duisburg-Marxloh, 66 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, Pforzheim-Oststadt 70 Prozent, Bremerhaven-Lehe 30 Prozent und so weiter und so fort. Also jedenfalls ein Urteil, dass von so abgrundtiefer fehlt mir das Wort. Ausländerhass oder Ja, das ist in diesem Kleid so eines Pseudo-Intellektualismus. Ja, das ist so gehässig, das ist so infam. Also das ist tatsächlich infam. Sollte die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr in der Lage sein, das Gewaltmonopol innerhalb ihrer Grenzen effektiv und wirksam auszuüben, ist hiermit ein schleichender Untergang verbunden, wie es einst im römischen Weltreich auch der Fall war. Also ich weiß nicht, wie das sein kann, dass man diesen Menschen Ja, dass das vorher noch niemandem aufgefallen ist. also ich habe ein Disziplinarrecht, Richter, richterliche Unabhängigkeit, hohes Gut, das ist nicht einfach ein Richter für sein Urteil, für die Inhalte seiner Urteilsentscheidung zur Rechenschaft zu ziehen, ist so gut wie unmöglich. Aber das, was der sich hier zurecht geschrieben hat, also man muss sehr aufpassen, wenn man mal am Verwaltungsgericht Gießen zu tun hat, muss man sich vorher informieren, wer das war und wenn man den da am Start hat, dann kann man eigentlich ausschließlich, wenn es um eine Ausländer eine Sache, mit Beteiligung von Leuten, die nicht zu Zeiten Karls des Großen schon in deutschen Landen gelebt haben, wenn es darum also geht, kann man den ausschließlich wegen Befangenheit ablehnen. den muss man eigentlich in jedem Verfahren, das er führt, wegen Befangenheit ablehnen. Das heißt wohl auch, dass der tatsächlich mit ausländerrechtlichen Sachverhalten befasst sei. so, also das ist ganz kurz nochmal so als Zwischenfazit oder auch Fazit, man muss in jeder Ecke damit rechnen, dass menschliche Abgründe zutage treten, in welche Richtung auch immer und das passiert einem auch an einem Verwaltungsgericht Gießen kann das passieren, dass da einer völlig neben der Kette läuft, also und das war hier der Fall, ja. Zwei Sachen, erstens, ich habe das schon mal gesagt, ich sage es nochmal, ich glaube das Wort, was das trifft, ist infam, kann man im Duden nachgucken, infam bedeutet bösartig und jemanden auf durchtriebene, schändliche Weise schadend und ich finde das ist, das trifft es, was er dort sich da zurecht argumentiert, ist einfach bösartig, weil alles, was, also, wenn du die letzten fünf Jahre in Deutschland nicht unter einem Stein verbracht hast, dann weißt du ja, was zum Beispiel mit solchen Parolen Widerstand oder Wert euch oder so in rechten Kreisen gemeint ist, das war ja jetzt nicht HateAid, diese NGO, die gegen Hetze im Internet mobil macht, die gesagt hat, wir leisten jetzt Widerstand gegen Hassnachrichten im Internet, sondern es war die NPD, die ja dafür bekannt ist, eine rechtsextreme Partei zu sein, was ja zum Beispiel in diversen Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht festgestellte verfassungsfeindliche Bestrebungen, wo die etwas schmale Argumentation des Bundesverfassungsgerichtes ja dann war, naja, also, Verbot bringt nichts, die haben ja eh keinen Einfluss mehr oder so, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlich mal in die Macht kommen, ist sehr gering, also, es ist tatsächlich infam, weil dieses Plakat Migration tötet, Ausrufezeichen, Wert euch oder Widerstand jetzt, was da drauf steht, der ist ja im Kontext dessen, was hier so in den letzten Jahren passiert ist, klar, worum es da geht und dann also zu sagen, das sei alles Bingo Bongo und dann auch so die Tatsachen zu verdrehen, auch das Wort Invasion, ich habe es ja auch noch mal nachgeguckt und da dürfte der Duden ja, was den Sprachgebrauch angeht, durchaus die Autorität sein, es gibt eine Bedeutung, feindliches Einrücken von militärischen Einheiten in fremdes Gebiet beziehungsweise Semikolon Einfall, aber ich sage mal, der gängigste Sprachgebrauch in Deutschland für Invasion dürfte sein, dass tatsächlich Streitkräfte eben ja, ein anderes Land oder ein anderes Gebiet betreten. Um die dort bis dato Lebenden zu unterdrücken. Ja, oder um dort halt Kampfhandlungen zu vollführen. In dieser Argumentation wären, also wenn man diese Vergleiche weiterdenkt, sind also die hier bislang lebenden Deutschen die Indianer und die Syrer zum Beispiel, das sind also die Invasoren. Das ist natürlich grober Quatsch. Und es ist, das was mich glaube ich auch ganz besonders verstört, ärgert und ein wenig ängstigt, ist der Umstand, dass dieser Richter seine formal vorhandenen intellektuellen Fähigkeiten so übel missbraucht, weil dieser Schlenker die Aussage Migration tötet, deshalb für richtig zu erklären, weil die Bantu damals Leute getötet haben, oder weil als sich die Engländer entschlossen, Kolonien auf dem nordamerikanischen Kontinent einzunehmen, weil sie da Indianer getötet haben, deshalb heutzutage im 2019 den Satz Migration tötet, für richtig zu erklären, das ist einfach in höchstem Maße unredlich, infam und natürlich falsch und es ist halt auch vor allen Dingen es ist halt es ist halt vollkommen Quatsch irgendeinen historischen wie auch immer gearteten Kontext aufzumachen, weil man das ja im hier und jetzt sehen muss und auch insbesondere im Kontext sehen muss, dass es ja hier eine rechtsradikale rechtsextreme Partei ist, die damit plakatiert. Das ist ja nicht der Historikertag der NPD genau was kann die NPD mit Stopp die Invasion Widerstand jetzt was kann die eigentlich anderes meinen als gib den auf die Fresse. Also ich bin gespannt ob das Oberverwaltungsgericht da eine andere mögliche Aussage drin sieht als haut denen auf die Fresse. Also vor allen Dingen ist der Satz Bitte pogrom bitte machen die ja nicht pogrom unmittelbar unmittelbar bitte bitte machen die nicht unmittelbar zum pogrom ansetzen und zwar jalla was anderes ja und das ist halt genau der Punkt wenn du tatsächlich auf eine Sachebene möchtest bei Migration tötet ja also ich finde das ist auch irgendwie total Quatsch das für uns tötet ist richtig weil im Mittelmeer Menschen ertrinken aber es ist halt nicht gemeint es ist der Witz ist der es ist halt eine Null Aussage der Satz also wenn du wenn du es wirklich auf eine also wenn du den Satz Entschuldigung dass wir jetzt darüber tatsächlich irgendwie reden und das ist perfide gar nicht so schwierig es ist gar nicht so einfach doch es ist in meinen Augen schon einfach Entschuldigung lieber Ulrich weil guck mal der Satz wenn du sagst der Satz Migration tötet das ist ja die Argumentation von dem der geht ja so ein bisschen darauf so nach Motto der Satz Migration tötet ist formal richtig und ich habe hier historische Beispiele für die formale Richtigkeit und deswegen ist es in Ordnung das zu sagen genauso gut ist ja der Satz richtig weiß ich nicht Straßenverkehr tötet Rauchen tötet also du kannst glaube ich wahrscheinlich an alles Sport tötet und dann bringst du alle die mal beim Sport umgekommen sind Gerichte töten weil es bestimmt in irgendeinem Zusammenhang auch mal Tote in einem Gericht gab bla 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 oder die Todesstrafe genau dann kannst du das noch hochjassen mit Richter sind Mörder oder so wenn du das sagst du ja hier der Volksgericht das das ist das ist das ist ja der Witz dass der Richter hier und das ist das bösartige das infame du hast es mit Rabulistik auch sehr gut beschrieben das ist ja das perfide dass er so tut als hätte das in diesem NPD Kontext keinen Sinn und es dann von jedem Kontext entkleidet und dann einfach nur noch die einzelnen Wörter betrachtet und so tut als wären die in einem vollkommen anderen Zusammenhang gefallen ja so wenn ich irgendwie was ich sage du doofes Arschloch ich mach dich kaputt ja hm was könnte er damit gemeint haben ja also das ist schon das ist schon sehr schlimm wäre umgekehrt so wenn du sagst ja sagt einer sagt einer hey Kartoffel geh nach Hause und du sagst okay das ertrage ich überhaupt nicht dagegen wehre ich mich und wenn man dann sagt das ist auch eine falsche Tatsachen behauptung weil du bist ja keine Kartoffel das wäre so diese das ist nach meiner Erkenntnis das wäre so die Hereingehensweise und das ist natürlich in höchstem Maße infam und einfach unredlich weil das ist ein Missbrauch dieser Fähigkeiten die man mit einem Minimum Bildung erwirbt dass man natürlich so verquer argumentieren kann aber man darf es nicht weil es missbräuchlich ist das ist hier um ein Ergebnis zu begründen wird da das wird das missbraucht es es tut halt es trägt halt auch nicht der Findung der Wahrheit bei weil auf diesem Niveau kannst du ja wirklich den allergrößten Scheiß und ich glaube wir versuchen das jetzt mal hier auf die Zielgerade zu kommen ich glaube was auf jeden Fall auch wichtig ist ist an dieser Stelle irgendwie zu sehen dass anscheinend auch Verwaltungsgerichte nicht vor so etwas sicher zu sein scheinen also das ist jetzt so die Lehre die ich daraus ziehe weil es gibt ja noch immer Leute die irgendwie sagen oh ja aber nee so was wie im dritten Reich das kann ja gar nicht passieren nochmal und so nee Bullshit du hast die Leute jetzt schon überall in den Institutionen sitzen und im Zweifelsfall lassen dies auch gerne wieder krachen und machen hier Volksgerichtshof style legen dies so zurecht wie man es gerade braucht um den allergrößten menschenverachtenden Scheiß zu begründen jedenfalls heißt es wachsam sein an Orten gut Hessen muss man mit allem rechnen aktuell aber da ist völlig durchgeknallt wirklich durchgeknallt und ja würde wahrscheinlich jetzt sagen ich bin nicht durchgeknallt hat ja keinen Knall gegeben oder so ich wollte gerade sagen das ist das ist ja keine Beleidigung das kann gar keine Beleidigung sein das wäre so das Niveau weil wenn wir wenn wir uns jetzt hier anschauen wenn wir uns hier anschauen die maßgebende Rechtsprechung des Landgerichts Berlins ja dann befinden wir uns hier ja noch vollkommen auf der Sachebene ja das hat ja unschön so haben wir es in der Tat haben wir es in der Tat ich mach den Abbinder wir wollten nur 45 Minuten podcasten und haben es fast geschafft es sind nur 2 Stunden 10 Minuten geworden sowas ich hoffe euch hat diese aktuelle 37. Folge von Lauer und Wehner gefallen mir auf jeden Fall schon muss ich sagen also ich fand es war eine ganz gute Folge Ulrich was würdest du sagen ich denke es war wie wie immer eine der besten ja wie immer eine der besten also gewohnt gute Lauer und Wehner Qualität wenn euch das gefallen hat dann bedenkt meine Worte vom Anfang geht auf unsere Webseite und unterstützt uns per Dauerauftrag oder per Paypal da freuen wir uns ganz dolle drüber und ansonsten freuen wir uns darüber wenn ihr eine schöne Woche habt weil ich werde das wahrscheinlich jetzt morgen hochstellen oder so dann dürfte Dienstag sein habt eine schöne Woche habt eine schöne Rechtswoche und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder bei unserem schönen Podcast Lauer und Wehner macht's gut tschüss tschüss bis Vielen Dank.